sind wir drin also wir sind in 321 schon drin ja krasser tisch dahinten ja vor allen dingen auch so mit den schatten unten drunter sieht schon ein bisschen sexy aus also habe ich schon mal auf anderen plattformen gesehen so da war nur irgendwie in der mitte loch ja ich habe ich kenne diese dieses filmmaterial auch okay und was hast du battlefield habe noch nicht gesehen ist gut soll ich dich spoilern ja kannst du machen man kann jetzt so ein reveal trailer sich angucken geht fünf minuten gameplay material kommt jetzt am sonntag dazu in dem trailer kann man sich zuerstreiten was man genau da sieht sieht interessant aus sehr viele alte elemente mit drin die man halt schon so kennt aus älteren battlefield teilen sie haben auch eine szene mit in den trailer aufgenommen die man so kennt also jet zwei jets jagen sich also ein jet jagt den anderen jet geht steil nach oben der obere steigt aus mit einer rakete nach hinten und steigt in seinen jet wieder rein und fliegt weiter also so hat das das kennen wir schon seit battlefield vier zeiten glaube ich meine da ist das zuerst auftreten vielleicht war es auch bei der vier drei i don't know und der drei genau und 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 also es macht schon macht schon bock aber ich bin jetzt nicht bin jetzt weit davon entfernt so mega gehypt zu sein also ich habe interesse daran und ich werde das weiter verfolgen ich werde das auch spielen aber ich bin jetzt nicht so mein gott ich muss es sofort vorbestellen so jetzt nicht na also alex ich muss ja aber also also danke ich muss aber sagen meine fresse sieht zu gut aus heute danke also sommer kickt rein bei dir auf jeden fall so richtig schönes schlankes gesicht schön den bart auch gemacht so also heute ist also beste folge bis jetzt also folge sieben schreibt euch auf chat äh alex sieht besser aus als dizzy das ist quasi du hast heute sozusagen das zweite duell schon gewonnen aha und endlich auch mal was ordentliches zu trinken hat er da am stüssel cheers prost ist ach medium auch ja großartig medium schmeckt mir komischerweise am besten ich habe früher eine zeit also ganz früher habe ich irgendwie über über das elternhaus gab es nur sprudelwasser ne und 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 stilles wasser das war so ja gut kannst du gleich kraneberger trinken und dann habe ich eine zeit lang nur sprudelwasser getrunken dann eine zeit lang nur noch naturell und und jetzt bin ich so beim habe ich mich beim medium eingependelt so ja also ich mich auch medium ist gut definitiv definitiv schön wie war es denn so die letzte woche erzähl mal gut ich habe ein bisschen hier was aufgebaut ein bisschen umgebaut deshalb steht auch der tisch noch im weg also nicht im weg den tisch haben wir zurückgezogen hier ist ein anderer tisch jetzt hingekommen ich bin gerade dabei das kabelmanagement noch mal wieder neu zu machen ich war gerade auf zwei stromkabel drei usb verlängerungskabel und und noch so kabelschläuche damit das einmal ordentlich ist und dann werde ich dir das einmal zeigen und du kannst das gerne abnehmen und kannst mir sagen dass da musst du noch mal dran oder nee so ist schon okay okay ja da sehe ich mich auch endabnahme des sie jetzt gucken was ist der mann was soll denn auf meiner uhr sein lektis hallo lektis stream warum schreibst du mir auf meiner uhr stuhl sind tschuldigung aufdringliche mods ist so da muss irgendwas wichtiges sein warte mal kurz ich muss eine sekunde afk kannst du einfach kurz weiter erzählen aber selbstverständlich meine meine konversation wird hier wird hier quasi die lücke füllen ja wir haben wie gesagt vor gerade vor kurz vor beginn von dem stream haben wir uns diesen battlefield trailer angeschaut ich habe früher sehr viel battlefield gespielt ich glaube der großteil meiner zuschauer erkennt mich halt auch noch aus der zeit oder zumindest ein großer teil davon und ja die letzte letzte paar tage habe ich damit verbracht hier ein bisschen bisschen umzuräumen bisschen aufzuräumen bisschen was neu zu machen das ganze wurde auch live gemacht das war auch sehr schön es gab auch kaum klug scheiße bei mir im chat oder sowas in der richtung alles gut alles super gelaufen ich hatte sehr viel spaß und freude und heute ist quasi die baustelle geschlossen weil wie gesagt ich muss ja jetzt gerade noch offen auf ein paar kabel warten wie das so ist tisch ist dann höhenverstellbar das heißt ich kann dann auch mal so bei gewissen elementen könnte ich jetzt auch quasi auf das haben wir heute gar nicht gemacht ich habe mich doch gar nicht hingestellt zum zum reden das werden wir jetzt heute jetzt aber nicht ausprobieren ich möchte vermeiden dass ich also das ist der perfekte kameras leider ist ja schon mal auffallen ja dann müsste ich mich jetzt hier so hinstellen dann könnte es sein dass der dass das mikro jetzt hier noch ja das ist okay na kann also also okay ja cool das hat schon was ja denn jetzt bitte die nächsten zwei stunden stehen alex also ich stehe auch mit dir also auch wenn man also ich mache dann baustream heute steck auch extra raus hier cool cool ja kann ich mithalten wenn ich runterfahre also jetzt für den moment fahr ich runter aber das ist genau der sinn und zweck dabei dass man halt auch mal im stehen was machen kann also jetzt nicht zwingend nur am zocken aber ganz ehrlich also die position finde ich jetzt gerade schon sehr sexy ja vor allem was ich schön finde bei dir ist auch wenn du du hast so eine schwingende mimik und gestik also du bist du weißt was ich meine du bist das ist halt so ein bisschen so cool finde ich schön geil wiegt wahrscheinlich an meinen italienischen genen baby gar nicht gar nicht ein bisschen mit die ende gestikulieren heute wird es heiß hier glaube ich heute wird es heiß hier aber warte du hast du auch einen monoblock als als klima oder hast du eine festverbaute ich habe gar keine aktuell richtig du hattest früher einer aber ich vermisse jetzt schon glaube ich dir wir haben es gerade wir haben vorhin gerade kurz also im chat abgeglichen wie wie warm es bei uns ist und vorhin waren es bei mir 27 grad haben wir immer noch in der wohnung nee nee draußen draußen und das gibt ja schon so einen rückschluss darauf also wir haben also gefühlte luftfeuchtigkeit hier mit drin sind locker 80 prozent draußen sollen es 45 gerade sein und ich finde ganz ehrlich hitze nicht so schlimm wie eine hohe luftfeuchtigkeit da gehe ich kaputt also ich muss wirklich sagen also wenn ich jetzt nicht vier computer an hätte wärs kalt wäre aber da ich dass ich vier computer an habe naja weil sobald du hier raus gehst in den flur oder andere zimmer wechselst du quasi klimazone und ja ich vermisse meine klimaanlage schon also ich werde auf jeden fall denke ich schauen dass ich die wieder einbauen wäre eine 2080 ti was denn da man ich habe die verliehen gehabt an einen anderen streamer der einen ausfall hatte ja und das ist quasi das ist quasi meine ersatzkarte die haben haben wir heute wieder zurück getauscht in anführungszeichen der hatte das glück genau der poe er hatte nämlich das das glück in anführungszeichen dass die reparatur von seiner karte möglich war und auch recht schnell ging irgendwie so zweieinhalb wochen war dass du jetzt war die karte unterwegs und da der hier in anführungszeichen bei mir um die ecke wohnt ist haben wir da haben wir die mal eben kurz dahin gebracht und getauscht und heute habe ich sie zurückgebracht wir haben uns auch gar nicht heute morgen irgendwie verquatscht oder so oder ja 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 so einer also stimmt schon was war denn bei dir letzte woche ich habe die ganze zeit von mir erzählt voll unhöflich jetzt laber dich zu und wollte hier schon mit dem programm anfangen ja also bracing 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 und ich habe jetzt eine neue wheelbase also jetzt habe ich so den den nicht ultimativen scheiß aber jetzt habe ich schon so den ultimativen scheiß habe noch mal zwei neue lenkräder angebaut habe zwei schrauben ausgeknuppt und musste die ja aufbohren das hat sehr lange gedauert weil es genau zu dem zeitpunkt auch mal der akkuschrauber leer war und ja es war wild aber jetzt bin ich sehr glücklich mit der ganzen veranstaltung hier und muss sagen toll schön und eine kurze frage zum verständnis die wheelbase darunter versteht man quasi das grundgerüst von deinem racing rig das ist sozusagen die die gerätschaft die das force feedback in das lenkrad übermittelt das nennt sich wheelbase und lenkrad ist lenkrad also viele bezeichnen das lenkrad so wie jetzt zum beispiel ein logitech was ein guss ist aber also du kannst es auch unterteilen in lenkrad und wheelbase und ich habe meine wheelbase gewechselt okay alles klar ich habe jetzt sozusagen ich bin in den olymp der superlative aufgestiegen also so noch nicht ganz superlative aber so kurz davor es gibt nicht mehr viel was man noch anderes kaufen könnte ich verstehe ja und das war sehr gut das war sehr schön muss ich sagen also es fühlt sich auch sehr schön an mittlerweile also aber es ist ja auch gerade neu das wäre jetzt auch schade wenn du dich da reinsetzt und dir so denkst du das wusste ich aber vorher also da ich habe ich habe vertraut auf menschen da draußen und die haben mir gesagt dass gut ist und jetzt ist es gut das freut mich das ist schon sehr wild jetzt alex aber ich habe kosta kwanter von was von der wheelbase die kostet 1400 ich bin ja fast geneigt zu sagen ach das geht ja noch und für zwei lenkräder habe ich 944 bezahlt ohne mehrwertsteuer also es wären 1000 insgesamt für zwei jahre naja man muss ja fragen sonst kommst du noch irgendwie mit so ja keine ahnung bei bei monschein gepflücktes alcantara nappa leder oder so dann ja das sind schon recht recht günstiger also normalerweise beläuft sich so ein sag ich mal gutes lenkrad zwischen 1000 also sagen wir mal 800 bis 2000 nur warum habt ihr beim racen immer die die handschuhe an um deine hände zu schützen warte mal ich zeig dir das mal ich weiß nicht ob man den unterschied sieht siehst du den knubbel da ja das kenne ich vom bass spielen früher ja das nennt sich hornhaut ja das nennt sich hornhaut und damit das nicht noch extremer wird und noch der weh tut zieht man halt handschuhe an um das einfach etwas zu schützen also ich kann auch wirklich legit alle zwei wochen mit einer raspel da rangehen und meinen finger wieder gerade machen quasi ich kenne das wie gesagt früher noch vom bass spielen dann hast du dann hast du an der an der an der hand mit der du greifst hast du da hast du innerhalb kürzester zeit hornhaut und wenn du damit mit dem mit dem daumen noch so slapst halt irgendwie das hat da hast du auch immer so ein hügel drauf so ein huppel drauf na ja 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 und ich habe nach vier monaten jetzt endlich meine küche dann mal fertig gemacht und was soll ich sagen alex ich habe naja switch prime ist ich habe ein wasserhahn gekauft in meinem chat steht folgendes er hat einen schwarzen wasserhahn ja ich habe mir also ich habe mir so ein ganz schönes waschbecken gekauft ich habe alles so ein bisschen neu gemacht also als ich rüber gegangen bin habe ich halt gefragt ob ich meine küche mitnehmen kann und so und das war alles cool weil normalerweise ist ja in switzerland eine küche mit dabei und mein vermieter weil das haus neu ist hat gesagt jo ist cool kannst du machen und habe ich meine ja mitgebracht und dann hatte ich halt die arschkarte weil ich so lange auf meine platte warten musste weil holz ist ja mangelware und bist halt am orsch und ich brauchte halt auch eine vier meter platte das ist dann noch beschissener weil drei brauchst du normal krammste so im baumarkt naja lange rede kurzer sinn ist mir halt aufgefallen ich habe so ein richtig schönes schwarzes waschbecken aber so ein richtig schönes also so ultra tief und schön breit und dann ist mir aufgefallen fuck hier ist ja so ein silberner wasserhahn der ist ja nicht so geil das sieht ja richtig hässlich aus und dann brauchte ich aus dem baumarkt noch so eine kleinigkeit um sachen anzuschließen und dann bin ich halt einfach mal durch die sanitärabteilung gelaufen und dann lächelte mich da so ein matsch schwarzes anthrazitgerät an und ich so geil allerdings nämlich da sehe ich mich auch und dann habe ich natürlich erst mal gar nicht so auf den preis geachtet sondern habe das letzte ding was in dem regal lag habe ich mir einfach mitgenommen die packung war ein bisschen angerissen die war ein bisschen angerissen habe mir aber nicht weil ich gedacht habe in den korb reingeballert und fahr dann zur kasse und dann zick 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 sappelt die dir das durch und dann sagte sie auf einmal ja das macht dann 300 euro ich so was das macht dann 300 euro gute frau ich wollte kein lenkrad kaufen ich möchte diesen wasserhahn kaufen genau da lagen dann halt noch ein paar andere sachen drin die halt ein bisschen was gekostet haben weil also weil ich zieleisten und so ein shit vergessen hatte und dann sag ich so was kosten der äh wasserhahn hier ja 109 euro das geht aber ja aber ich habe noch ich habe noch nie in meinem leben einen wasserhahn gekauft also verstehe und das ist dann halt für den moment so wart wofür war 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 naja habe ich aber noch ein bisschen prozent rausgehandelt weil der karton halt kaputt war und dann habe ich mir jetzt halt mal für 100 euro und anthrazit schwarzen wasserhahn gekauft hast du äh wo du gerade also finde ich gut sehr gut du hast gesagt du hast du hast du das und schwarzes waschbecken so ne ist das ist das so ein so ein quarz silikat gepresstes ding so ein so ein großes tiefes ja weil so weil genau so ein ding habe ich nämlich auch ich wollte immer so ein teil haben schon immer und jetzt in meiner küche konnte ich das konnte ich das mal mit meinem kumpel einbauen das ist super aber ich kann dir eins sagen wenn du extrem tiefe waschbecken hast dann fällt und dann hast du vielleicht auch ist dein wasserhahn vielleicht ein bisschen höher ja das blöde ist wasser neigt ja auch dazu der erdanziehungskraft nicht zu widerstehen das fällt also runter und wenn es dann ganz unten auftrifft dann spritzt es in alle richtungen wenn da geschirr drin steht aber ist ja gar kein problem weil ich habe mir einen kohlenwasserhahn gekauft den kann man rausziehen und dann war ein traum habe ich auch einfach ich habe auch gar nicht gefackelt das war der letzte der da lag instant mitgenommen ich sag da gibt es gar keine diskussion dass die erste erwachsenenleben küche rein in den korb damit dass das jetzt unbedingt so teuer war fand ich jetzt ein bisschen wild aber ey ich habe rausgefunden das ist noch nicht mal so teuer nein ist es nicht du kannst also für armaturen kannst du problemlos das drei oder vierfache bezahlen ohne ohne das ohne dass das wir jetzt irgendwie mit mit echtgold oder so einen scheiß machen wir heute eine sanitäredition ist ja eigentlich auch hardware oder ist auch hardware und da pool streams ja gerade ganz angesagt sind könnte das ja auch klappen ja how to stream from your pool inside the house was muss man alles beachten macht es sinn sich für subs zu prostituieren wenn man nur wenn man parkett hat und was ist teurer also was bringt dir mehr viele subs durch den durch den pool oder das beschädigte parkett durch die austreten der feuchtigkeit ich denke mal die subs ja je nachdem ne ja also ich denke die subs auf jeden fall da bin ich auch da bin ich dabei also ich denke das bringt mehr ja okay der sie pool stream confirmed du das ding ist der wird so der ganzen sache ist ich habe gesagt bei 2000 subs mache ich ein pool stream und witzigerweise war ich also ich habe das es war so wirklich es war so weit weg ja es war wirklich so fucking weit entfernt von allem und durch diese ganzen endurance rennen und ich habe gerade ein bisschen in den hype und naja dann kam eins zum anderen schwuppliwupp stand da 2050 und ich war ganz erschrocken der wird seiner ganzen sache zwei tage später kam dieses pool streams sind nicht mehr werbefreundlich und diese benachrichtigung und nichts zu chat ja scheiße was machen wir jetzt und jetzt bin ich an dem punkt wo ich das wahrscheinlich doch irgendwie wuppe aber anders irgendwie so ich musste gerade die das für diesen stream diese graue ritze finden um das zu tun naja aber es wird wahrscheinlich dann doch eingehen weil das ist es nagt ja auch an mir aber hätte ich auch nicht gedacht fand ich fand ich auf jeden fall erschreckend als ja nach so 24 stunden auf einmal 2050 stand ich so und die scheiße was hast du da jetzt gesagt es gibt dinge die sind deutlich unangenehmer kann man nicht anders sagen ja das ist einfach nicht so wild als ich mein pool stream pool stream ist ja wenn du es so nimmst sehr weit gefächert ja ja aber willst du jetzt willst du jetzt dich da irgendwie so rausreden und sagen ja guck mal technisch gesehen mache ich jetzt einen pool stream ich erfülle ja die kritik ne 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 green screen so einen scheiß mache ich nicht ja klar klar das habe ich doch nicht angenommen das war mein eigentlicher plan aber dann habe ich mir gedacht puh das wäre aber ganz schön frech wenn ich das jetzt mache ja das wäre es in der tat aber ist kein problem es geht ja auch so dann deine deine schwimmklamm und auch wenn 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 bei dem pool stream bestimmte ziele erreicht werden das ist ja so ein ding ne so hey wenn wir die 100 haben ziehe ich mir was anderes an so ich möchte also ganz ehrlich ich bin ja schon sage ich ja so wie es ist seit acht jahren hochgradig prostituiert ja also ist ja einfach mal ein fakt also ich muss jetzt nicht noch mehr machen ich fühle mich schon abends sehr schmutzig wenn ich mir mit meinen zweieinhalb euro scheinen die augen treuen meine tränen trocknen muss du kennst du kennst das gift dazu oder das meme dazu ja mit den ja natürlich mehr mehr geht nicht mehr geht einfach nicht ich verstehe ich verstehe ich verstehe namen auf körperteile schreiben ding ja nein das ding ist halt pass mal auf das problem ist ja das darfst du halt wirklich nicht machen weil diese ironischen geschichten dafür kannst du halt gebannt werden also es ist wirklich ein super schmaler grad ein super schmaler grad wo dich da gerade so drin rum bewegst für was kannst du bitte gebannt werden wenn du die ganze sache ironisch hops nimmst sind auch schon ich weiß es auch nicht genau aber menschen sind verschwunden aus dem aus dem twitch universum wegen gewissen ironischen dingen die da passiert wenn du wenn du dich wenn du dich natürlich gezielt über einzelne person lustig machst und das dann auch so machst klar aber wenn du kannst mir nicht erzählen dass wenn ich mich jetzt in meinen plastik pool mit meinen mit meinen plastik kugeln setze und dann kriege ich zehn subs rein und ziehe mir andere schwimmklamotten und ich schreibe die namen von meinen subs auf meinen oberarm oder auf meine auf meine auf meine hühnerbrust hier so du kannst mir nicht erzählen dass ich dafür ein bann bekomme wirklich du das ding ist das wird ja auch immer im einzelfall nachher behandelt und ich kenne mich immer das wird so eine superlative irgendwann und ich muss ganz ehrlich sagen ich möchte nicht unbedingt mit dem feuer spielen in dem fall gebe ich dir recht vor dem feuer spielen muss man da sicherlich nicht ich finde es aber auch krass weil diese poolstream kategorie ist sozusagen für mich das erste mal zumindest vom drüber nachdenken dass twitch so einem in anführungszeichen trend der auch schnell mal so ein bisschen so diesen sexuellen beigeschmack hat nachgegeben hat und hat halt nicht gesagt wir hauen mit dem hammer drauf ihr dürft es nicht sondern gesagt hat so okay ihr dürft es aber nur in der kategorie und übrigens wir also wir werden keine werbung hier schalten was aber auch nicht stimmt das stimmt gar nicht ich bin gestern aus recherchezwecken bei einem poolstream reingegangen und da liefen drei werbespots ja drei pre-rolls waren da keine ahnung weiß ich nicht also gesagt wurden kommuniziert wurde es ja und naja am ende wird es wahrscheinlich wieder so sein dass alles wieder anders ist als es eigentlich gesagt wurde siehe zum beispiel dmca die mail hast du auch bekommen die haben ja alle bekommen mit von wegen wir haben schon wieder tausende dmca dinge reinbekommen und hey was ist denn da los ja die mail habe ich auch gekriegt aber da stand ja nichts drin also es war ja eine a4 seite nichts sagendes zeug das war das war eine a4 seite hey dmca ja eigentlich hätten wir auch also hätten wir wirklich reinschreiben können hey dmca und dann wäre es fällig gewesen ja aber wir sind ja hier da um uns über das thema hardware zu unterhalten richtig genau und wenn man jetzt in so einem pool sitzt dann hat man ja auch schwierigkeiten eventuell mit seiner stream zu kommunizieren okay geil ich weiß noch nicht was es genau für eine karte ist die hat auf jeden fall die hat auf jeden fall ganz viele dvi anschlüsse aufsache ganz viele sind zwei für eine grafikkarte im jahr 2021 sind das echt viele dvi anschlüsse die dies nur zum überprüfen hier ja es geht um hardware heute du hast mir meine ganze überleitung kaputt gemacht du hast du bist halt wirklich so hart da gerade reingeballert ich hatte die perfekte überleitung alex jetzt macht du eine jetzt jetzt hast du jetzt hast du dir das selber eingebrockt beim freund jetzt machst du eine überleitung macht doch einfach vor ja stelle ich einfach vorher ihr sitzt in einem eigenen pool und habt ein computer aber ihr wisst irgendwie nicht so richtig wie das jetzt funktioniert oder wir wir quasi aus dem computer also streamen könnt ohne den computer nach draußen zu schleppen dann könnte man das ja quasi drahtlos machen zu englisch wireless und da kommen wir ins spiel wir reden heute nämlich über schnurlose methoden oder mechaniken die wir die wir vielleicht beim stream schon mal so genutzt haben oder nicht genutzt haben und ich glaube heute werde ich ein bisschen mehr reden vielleicht das habe ich übrigens mit gedanken gerade übertragung direkt durchs internet in deinen kopf gesappt weil das war nämlich auch mein das funktioniert hier einfach so gut mit die alex ja dann äh hau rein hau rein also ja also nimm dich an der hand ja wir machen das jetzt einfach mal so wir haben ja schon über viele verschiedene sachen gesprochen wir sind in manche sachen etwas tiefer eingedippt in manche nicht ganz so tief und das thema wireless ist natürlich sehr sehr weit gefasst ich will das jetzt nicht alles so durchballern aber ich habe mir natürlich auch hier wieder ein paar stichpunkte aufgeschrieben weil lustigerweise sind in den letzten zwei drei tagen oder letzten woche ähm für mich zwei interessante videos veröffentlicht worden das eine hat mehr mit dem thema gaming zu tun nämlich ähm schnurlose mäuse ne was für ein delay hat man da aktuell bei den neuesten äh generationen und das andere war von leines tech tips da ging es um ein hey wie kann man eigentlich so ein hdmi port komplett ignorieren also wie gibt es eine andere technologie mit denen man zum beispiel einen gaming monitor ohne nennenswerte latenz ähm äh quasi auch mal einfach 10 20 30 meter weit wegstellen kann ähm und da gibt es etwas oder beziehungsweise da gibt es eine kleinigkeit die noch nicht wirklich das wird sich auch in der zukunft nicht durchsetzen oder sowas aber witzig ist dass wir da über eine ähm über eine über sogenanntes y gig gehen könnten und das ist quasi ein 40 äh tschuldigung 60 gigahertz wireless system also da wurden in dem video ähm ich weiß gar nicht was das höchste war aber ich meine das wäre 4k 30 fps äh wurden problemlos über 20 30 meter mit sichtkontakt natürlich dann äh verbunden ohne dass dieses signal abgebrochen ist und das finde ich schon sehr sehr spannend aber das hat nichts thema mit dem thema streaming direkt zu tun doch ein bisschen schon ja damit kann man nämlich lustige sachen machen aber das ist wie gesagt auch kein 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 wirkliches ding wir fangen am besten mal ganz vorne an okay hol mich ab ich habe ja gesagt du musst mich heute an der hand nehmen weil ich kann mir da noch nichts darunter vorstellen also 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 wenn wir wenn wir über das thema streaming reden dann haben wir natürlich im kopf dass das jemand also wenn wir über das thema streaming reden dann haben wir in erster linie auf dem kopf hey wir 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 streamen unser gameplay wir streamen unser unser so ein bisschen so ein bisschen just chatting also ein bisschen quatschen irl zeug sowas in der richtung ich weiß dass du ein backpack hast das wäre dann schon richtung richtung wireless weil du ja eben orts ungebunden unterwegs bist und du würdest dann quasi dein setup was du unterwegs dabei hast da fängt man wenn man das das erste mal an macht man das mit handy und irgendwann denkt man sich so scheiße das handy ist nicht mehr gut genug dann benutzt so ein handy vielleicht maximal du schüttelst mit dem kopf ich habe nie mit dem handy gestreamt entsprach nicht meiner qualität entschuldigung bist du bis also ich weiß dass das ein paar leute damals über die gamescom twitchcon dreamhack mit dem handy durchgelaufen sind ich weiß nicht ob du da auch bei warst hast du nicht gemacht ja dann hast du da erst mal darauf verzichtet sowas in der richtung jedenfalls worauf ich eigentlich nur eine auswahl ist folgendes wenn normalerweise wenn du an deinem computer sitzt und und hast beim thema streaming im kopf du willst dein gameplay streamen dann brauchst du nichts wirklich wireless mäßiges du hast dein mikro vor der nase du hast deine kamera vor deiner nase du hast deinen computer und damit streamst du weil es ist da vielleicht deine maus vielleicht deine tastatur vielleicht hast du einen kopfhörer auf der weil es ist sowas in der richtung oder so und das sind natürlich alles komponenten da kann man auch viel drüber reden da würde ich die empfehlung geben es gibt gerade ein interessantes video von battle nonsense das ist jemand der sehr viel technische sachen versucht gut so gut einfach wie möglich zu erklären die neuen generationen von eingabegeräten wie beispielsweise mäuse haben mittlerweile eine so geringe latenz dass man dass man dass kein normal sterblicher spieler den unterschied wirklich schmecken wird so also wir reden da über über einzelne millisekunden 1 2 3 millisekunden unterschied zwischen der wired version und der wireless version so also wenn man früher gesagt hätte wireless mäuse kannst du nicht zum zocken benutzen die zeit ist vorbei wenn du die richtigen geräte kaufst und das nur eben ganz kurz dazu genauso wie wie tastaturen da bin ich jetzt auch wirklich nicht im thema mit drin ich habe zum beispiel bei meinem stream pc damals eine wireless tastatur benutzt eben weil ich die mal links mal rechts mal irgendwo hingelegt haben wollte und wollte sie wollte nicht immer noch ein zusätzliches kabel mit dabei haben aber das war auch das einzige was ich damals am pc weil das tastatur und maus halt irgendwie angeschlossen habe das alles und jetzt komme ich wenn man jetzt weg von dem thema stream streaming reines game streaming halt irgendwie so geht was hält dich denn verdammt noch mal davon ab deine kamera mit mit durch deine bule zu schleppen als ich meinen tisch zum beispiel aufgebaut habe ich das so gemacht ich habe habe dann mein handy genommen und habe dann die software epoch cam genutzt das ganze gibt es auch für natürlich für android und epoch cam gab es damals auch schon mal für android aber aktuell gibt es das noch nicht das wird jetzt von allegato vermarktet und aktuell könnte man immer android zum beispiel droid cam obs benutzen hat in etwa denselben ansatz droid cam gibt es ja auch schon ewigkeiten ob es ist eine spezielle version mit noch einem plugin dass man das direkt installieren kann damit man halt da auch direkt und möglichst latenzfrei darauf zugreifen kann und du kannst dein handy dann für ton und bild benutzen oder halt auch nur für bild und halt eben ein wireless mic funktionieren und dann rennst du durch deine bude und kannst da halt alles machen orts ungebunden also du bist nicht mehr gezwungen mit einem kabel durch die gegend zu laufen und einem kamera die einen akku hat oder so was ich mein klar natürlich dein handy hat auch ein akku so und da kannst du hast du die möglichkeit natürlich dein dein stream dein chat komplett mit in die action reinzubringen du hast ein kleines tripod du hast ein kleines dreibein und wenn du was anschraubst kannst du die kamera direkt daneben stellen und nicht mehr nur irgendwo da hinten steht eine kamera und zeigt was du halt irgendwie gerade so machst ne kleinigkeit erschreckenderweise ist ist der ton gar nicht so schlecht wenn man nah genug dran ist natürlich ne wir reden hier über ein offenes mikrofon das alles aufnimmt also auch störgeräusche und so weiter und das macht schon echt spaß und das hat mich echt beeindruckt wie gut das funktioniert weil du siehst fast keine latenz und wenn ich darüber nachdenke ich hätte das mal hier vorbereiten können dann hätte ich das jetzt hier zeigen können mit schnipsen und und so weiter und so fort aber das machen wir jetzt gerade mal eben spontan nicht dass da nicht doch was schief geht na du kennst das ja was soll schief gehen ja so und wenn ich bei dir rüber gucke hier dein mikro was bei dir an dem da an deinem headset angebracht ist das ist ja mehr so ein typisches bügel mikrofon was man dann eher so als wireless mic kennt da hast du standardmäßig halt eine funkstrecke und jeder streamer der irgendwann mal anfängt einen computer in seinem stream zu bauen in der küche zu kochen oder irgendwie weiß der geil irgendwas zu machen und dem der keinen bock mehr auf so ein offenes mikro hat weil er teilweise viel zu leise ist oder es werden viel zu viele hintergrundgeräusche aufgenommen der kommt früher oder später an die auf die idee sich entweder ein lavalier mikrofon mit einer funkstrecke zu holen ein langes kabel an sich dran zu hängen ein bügel mikrofon aufzuhängen mit einer funkstrecke dann halt irgendwie dran und die dinger fangen ja preislich bei keine ahnung also die man auch wirklich schon benutzen kann so bei 30 40 50 euro an und gehen dann hoch bis voll digital hast du nicht gesehen bis bis hin zu mehreren hundert mehreren tausend euro wenn man was wirklich fettes aus dem aus dem professionellen bereich halt irgendwie so haben will ich kann jetzt nur von mir sprechen ich habe damals mir von rode meine ich ein eine funkstrecke geholt da war so ein lavalier mikrofon mit dabei war ich nicht so mit zufrieden dann habe ich mir halt ein bügel mikrofon nachgekauft es kann auch sein dass ich mich da vielleicht von deiner liste habe inspirieren lassen damals habe das mal ein bisschen eingestellt und das ist schon das ist dann schon mal so eine ganz andere welt und dann bist du auf einmal nah mit dem mit dem sound dabei ungebunden kannst alles machen was du willst musst nur wenn auf toilette gehst das ding ausmachen zumindest den kanal damit du das halt wenn du wenn das dein ding ist kannst du das natürlich laufen lassen ich bin ja nur ein mensch das stimmt das stimmt so 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 in dem rahmen so und was was ich in den letzten jahren halt ausprobiert habe oder immer mal wieder getestet habe waren eben genau diese 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 ortsgebundenen wireless gerät also sprich ich hatte damals mal einen hdmi transmitter da habe ich den habe ich eine gopro dann geklemmt mit dem akku dann dran das heißt ich habe dann so ein klarer dach gab den habe ich an 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 so ein an so ein kopfgurt gemacht da hatte ich vorne meine gopro hinten hier war eine powerbank an der seite war dann ebenso dieser 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 diese sendeeinheit die dann halt quasi alles gepowert wurde durch den durch die powerbank der hat wiederum mit einem receiver kommuniziert und hat dann quasi das bild versucht in echtzeit quasi rüber zu schicken das war ein bisschen anfällig weil da durfte nicht zu viel im weg sein dann hat das schon sofort aussätze gegeben und es war natürlich auch relativ schwer aber es hat funktioniert zwar voll witzig du hattest du hattest die möglichkeiten das mal auszumachen und ja ich weiß es gab früher auch die möglichkeit eine gopro direkt abzugreifen mit einem hack oder auch einfach also bei der ganz alten version bei der vierer meine ich konnte man auch direkt auf eine ip-adresse zugreifen die im lokalen netzwerk war aber das ist ja in anführungszeichen über nur über umwege möglich gewesen oder auch also nicht offiziell supportet und da stehst du natürlich immer da vor dem problem es kann sein dass solche solche sachen funktionieren auch im längeren zeitraum es kann aber auch sein dass solche sachen nicht funktionieren ja also funktions habe ich habe ich auch mit lavalier aber mag ich gar nicht gibt mir voll auf den sack meinst du das lavalier oder meinst du dass du die funktrecke an dir dran hast ne lavalier ist ich mag lavalier mikrofone nicht die sind also ich bin glaube ich der einer der menschen der einfach immer es raschelt immer immer raschelt die scheiße und mittlerweile habe ich mein lavalier mikrofon oben an meine cap ran gehängt also die da stecke ich mir das kabel hinter das ohr quasi so runter und das hängt hier vorne dran weil mich das so nervt dieses ganze rumgekrischelt und rischelt immer und ich wollte mir aber nie noch ein anderes kaufen dafür für die küche kann ich verstehen aber das an die cap dran zu machen ist auch witzig ich habe ich habe damals eine der ersten sachen die ich gemacht habe war dann auch irgendwas mit kochen und da habe ich das kann ich kann ich sowas ich verstehe das verstehe ich da hundert prozent du hast dann ein lavalier mikrofon irgendwie so hier in der brustgegend damit du halt auch eben eine kurze strecke zu deinem zu deinem zu deinem zu deinem munter zu der geräuschquelle sozusagen hast aber auch gleichzeitig wenn du nähe von der von der pfanne kommst oder irgendwie da im herd kommst ist das hängst du immer komplett so in dem in diesem in dieser tonquelle so drin und noch dazu so eine so eine schürze oder auch wenn du da irgendwas machst du kommst immer irgendwie an das mikrofon dran super ungeil ja fand ich auch und deswegen habe ich es mir an die cap irgendwann geklemmt ist auch nicht ist auch glaube ich noch mit eins der schlechtesten sachen die hier rum kursieren weil ich mir da noch nie neues geholt habe ich habe mir vor kurzem für dieses road mikrofon habe ich mir so ein zehn so ein elf euro mikro geholt das war erschreckend gut von der von der eigentlichen tonqualität aber jetzt auch nicht vergleichbar mit so einem richtigen high end zeug weil es nimmt halt auch quasi alles auf und dann auch sehr muffelig so ein bisschen was schön ist wenn man nah dran ist weil dann hat man so ein bisschen radio voice über das mikro aber halt auch nicht so richtig gut und das das ist auch eines der der dinge die ich letztes jahr glaube ich vorletztes oder letztes jahr geholt habe das ist das wireless go das kleine ist ein witziges ding eigentlich mehr so entwickelt worden anscheinend für so diese camcorder menschen weil alleine dieses kleine teil ist entweder direkt ein mikro mit drin das heißt du kannst dir direkt an deinen kragen ran klippen was scheiße ist weil man es die ganze dann halt sieht und der receiver ist genau gleich so groß und du kannst den dann entweder hier an so an so an so an die an die kamera direkt dran machen mit dem hauptschuh oder halt eben benutzt es halt um das extern aufzunehmen über einen recorder oder was auch immer oder in unserem fall eben ins stream pc zu gehen relativ simpel wie teuer ist das ich müsste jetzt lügen was das kostet 160 150 pi mal auge roundabout es gibt mittlerweile eine neue version da sind zwei mikros dabei mit einem empfänger die man gleichzeitig benutzen kann dass man halt auch bei gesprächen mit 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 zwei personen sozusagen nur ein setter braucht oder du benutzt halt eins bis der akku leer ist weil das hat logischerweise halt ein fest verbauten akku also nicht logischerweise aber leider ein fest verbauten akku und der ist natürlich irgendwann mal leer so nach vier fünf stunden roundabout was bedeutet wenn du ultra lange streams machst funktionierst du damit jetzt früher oder später das probleme und dass der akku halt ausgeht ist klar hast du hast du nie irgendwas wireless benutzt bei dir in deinem stream set up also nicht bewusst krass ich habe das immer mal ausprobiert und hatte immer so die üblichen probleme du gehst ja dann über verschiedene träger du hast entweder bei einer funkstrecke ist es ja meistens 2,4 gigahertz über die du dann halt irgendwie gehst dann hast du dieses möglichst latenzfreie wenn du wenn du über geräte wie handys oder ähnliche kleinstcomputer gehst dann hängst du dich meistens ins wlan mit rein mit allen vorn nachteilen wie reichweite signalstärke und und den ganzen anderen bullshit mit dem funk mikro zum beispiel kann ich problemlos in die obere etage hier gehen oder auch mal kurz nach draußen gehen das reißt nicht sofort ab bewege ich mich von von einem wlan netz ins andere ob es ist jetzt quasi ein match netzwerk oder so dann dann ist das sofort weg also sobald ich dann quasi die treppe hochgehen würde das wäre sofort dann halt irgendwie gekillt was ja nicht so schlimm ist wenn wenn du dich sowieso nur hier in der küche und so weiter bewegen würdest also angrenzende räume das schon sehr geil also ich habe einen wlan teller von ubiquity hier liegen das war's krass also okay also ich habe auch ich habe eine maus aber ich glaube diese geste kann jeder verstehen ich habe noch eine corsair maus mit der habe ich auch eine weile gezockt die ironclaw lgb aber irgendwie ich bin immer auf kabel hängen geblieben die ganze zeit also ich bin davon auch nie wirklich weggekommen von von kabel und ich bin auch immer also ich bin fan von von wireless aber ich habe dann doch lieber ein kabel dran also auch in der küche so ich bin gerade echt überlegen ob ich mein ndi stream über weil wireless wlan verschicke weil sonst müsste ich dlan benutzen und ich glaube dass das jacke wie anorak ob ich jetzt dlan benutze oder dass ding mit ubiquity teller verbinde da ist glaube ich der ubiquity teller besser als dlan also vielleicht werde ich das mal über wireless versuchen probier das mal aus ja also ja dlan ist halt kotzi gerade bei solchen sachen ja da muss ich mir aber leider noch eine wlan karte kaufen aber das ist okay also dann bin ich im wireless universum angekommen weil ja also ganz ehrlich ich will hier also ich habe in meiner in meiner alten bude hatte ich überall lahndosen in jedem zimmer also selbst in der küche aber das möchte ich hier einfach nicht mehr machen so weil also ich habe ich habe in berlin 500 meter kabel fällig so das ja eben so und dann hast du in deinem zweiten büro also da hatte ich zwei büros aus dem zweiten büro hast du zwei dosen und dann musste halt zwei kabel durch weiß der und da noch eine dose und da und da also ich habe in meinem keller jetzt gerade 500 meter lahnkabel noch liegen cut 6 so ah ja weißt du bescheid ich muss nie wieder lahnkabel kaufen also und da hatte ich jetzt ehrlich gesagt vorher gar keinen bock drauf und ich muss ganz ehrlich sagen diese ubiquity dinger die machen schon echt ganz schön rabatzki also ich kann auf dem parkplatz draußen hinterher zuhören und der ist schon noch ein stück weiter weg von hier und die bude ist auch abgedeckt und deswegen also ja bei dir du hast ja verschiedene etagen so verstehe ich den wireless punkt aber ich habe immer wired gebaut also wenn es diese limitierung von zehn meter gab habe ich diese limitierung mit dem kabel umgang klar kabel ich würde also jetzt nicht falsch verstehen ich würde ich würde eine ein kabel ziehen um beispielsweise in der küche eine stabile netzwerkverbindung zu haben würde ich immer vorziehen selbst wenn das bedeutet dass man das kabel vielleicht sieht oder dass das vielleicht in der natur hergelegt werden muss wenn man es nicht durch die durch eine wand bohren kann oder darf oder weil da fließenspiegel sind oder was egal was würde ich immer würde ich immer ein kabel vorziehen weil es einfach die stabile lösung ist so auch gerade mit so ich habe versucht den küchen pc mal mit so einem kleinen wireless wlan stick quasi zu verbinden und das funktioniert auch bis windows dann sagt so ja die verbindung wird ja gerade nicht gebraucht wir schalten das gerät mal ab und du schaltest sämtliche stromsparmechaniken aus von dem gerät von unter windows dass es nicht in den energiesparmodus gehen kann und so weiter und das ding läuft einen tag lang durch und beim nächsten mal denkst du dir so hey cool läuft ja alles zack das ding fährt wieder in den energiesparmodus runter und du kriegst kotzen und du weißt nicht genau wann es liegt also also der wireless dongle oder wie ja genau ein usb-stick wlan stick sozusagen ja deswegen glaube ich würde ich auch pci-karte da rein donnern passt nur in den pc leider nicht rein weil das ist halt so eine kleine kiste ist ein bisschen doof so mit dabei aber das sind ja nur so die kleinen probleme ich habe ich habe früher auch immer gekotzt wenn wenn so dieses typische du hast ganz früher hast das fünf gigahertz netz hat hast du noch keine geräte meine älteren notebooks die hatten kein fünf gigahertz netz also also die ganz alten so ne und da hast du natürlich immer 2,4 gigahertz genutzt so und dann dann wurden die die bandbreiten größer die files wurden größer das ganz früher hat gab es gab es video files sage ich mal im sd format ja und dann ging es irgendwann auf hd hoch und jetzt reden wir über 4k manche reden schon über 8k sowas in der richtung hast du mal versucht ein 4k video über 2,4 gigahertz wlan das nicht super stark von der signalstärke ist die anzuschauen kannst du knicken das bricht irgendwann ab das sagt irgendwann so ja sorry also da muss man jetzt erstmal wieder ein bisschen buffern da bist du auf einmal wieder in den 90ern bei youtube angekommen weißt du noch damals wie egal welcher provider so willst ein youtube video gucken auf play drücken auf pause dann erst mal zwei drei minuten warten bis der ein bisschen vorgeladen hat ja in der in der zeit bist du dann auf einmal wieder super ätzend ja auch ekelhaft das tut mir ja immer leid also der ein oder andere zuschauer findet das ja auch immer doof wenn ich das so sage aber wenn mich sowas stört dann behebe ich das also wenn wenn bei mir also ich sage es einfach so wie es ist in meinen in meinem haus gibt es das nicht wenn ich auf dem balkon kein wlan habe dann kommt da ein teller wenn ich auf dem scheißhaus kein youtube video gucken kann kommt da ein scheiß teller hin so weil dafür lebt man ja zu hause und will es halt schön haben so aber das kenne ich auch ich habe es letztens mit meinem macbook in der tat auf dem balkon gehabt und da habe ich richtig reingekotzt da habe ich richtig reingekotzt und das hat mich wirklich auch sehr gestört und naja jetzt geht's verstehe ich hab also wie gesagt die letzten jahre habe ich eine menge hin und erst probiert ausprobiert und bin natürlich auch mal wieder in irgendwelche grenzen gestoßen und gerade beim thema streaming habe ich zum beispiel fast null erfahrungen bezug bezug streaming außerhalb also draußen ich habe dann angefangen einfach nur ein notebook zu nehmen das sind in den energie modus zu bringen das ist halt auch im geschlossenen zustand einfach ganz normal weiterläuft und und nicht irgendwie komplett runter fährt oder oder irgendwie super eingeschränkt ist es hat eine rtx grafikkarte drin ich meine das wäre eine 2060 müsste man nachgucken ich habe mich damit das letzte jahr nicht wirklich beschäftigt und kann das encoding komplett über die grafikkarte laufen lassen supergeil supergeil schließt einfach mit einem beispielsweise mit dem cam link eine gopro oder halt eben diese sony cam die die meisten irl streamer haben die habe ich ja bei mir auch hier schließt die einfach an packt ein powerbank dazu kannst das notebook auch über usbc laden läuft so und verbindest dich dann einfach per wlan hotspot auf deinem auf deinem handy auf und verbindest dich darüber ins netz testweise super stabil keine probleme du bist das erste mal draußen in freier wildbahn und sofort so drop frames drop frames du weißt nicht wo es herkommt wird das gerät doch zu heiß obwohl du es vorher drei stunden zu hause getestet hast zusammengepackt in einem in einem rucksack oder so extra noch ein bisschen was reingestopft damit es schlechter luft bekommt so was keine thermischen probleme nichts dergleichen oder sowas was ich als nächstes ausprobieren wollte war ein handy einfach mal direkt per usb an das notebook anzuschließen um sozusagen als 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 modem zu fungieren dass man halt kein kein usb stick benutzt also kein kein umts stick oder 4g 5g stick ich nehme an du benutzt ganz normal dass den den typischen gunrun backpack na ja bisschen modifiziert aber ja okay benutzt zum mehr als ein modem drei aber du hast jetzt nicht immer permanent drei tarife laufen gleichzeitig wie wie um gehst du das oder wie löst du das doch habe ich drei ja na klar wann hast du denn das letzte mal benutzt na ja vor corona okay okay ja cool 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 that's the price you pay also ja das das klingt immer ein bisschen ich sage es ja immer wieder für viele menschen ist das so aber ich habe es halt da das ist die konsequenz damit muss ich leben also muss ich akzeptieren so und ich sage mal ich bezahle jetzt für meinen normalen tarif für meinen normalen tarif bezahle ich ja sowieso den telefon tarif den habe ich so oder so dann dann gibt es ja diese funk variante das ist halt die 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 kostet 30 euro monat und dann hast du halt noch einen kleinen woanders so bei mir war es bei vodafone dann ist das halt einfach so okay das das ist ja also irl stream ist halt grundsätzlich teuer so das ist ja beim irl server den bezahlst du ja auch mit 180 glocken im monat der läuft ja auch da könntest du ja auch drauf scheißen und könntest quasi das signal wieder zuhause abgreifen und da weiter verarbeiten lassen kann man was von du hast du hast du hast von poe erwähnt der hat das damals bei sich so gemacht er hatte sie hatte sich ja quasi seine irl stream kiste mit einem raspberry pi gebaut und schickt das ganze über einen ernte tmp server der abgegriffen wird und im prinzip kann er dann seinen pc zuhause mit dem handy steuern und ich weiß nicht ob wir jetzt sei grad sein stand ist er war ja auch durch corona jetzt nicht mehr viel unterwegs oder gar nicht mehr unterwegs und dann sparst du dir zumindest den server im netz der ja auch wie du schon sagst dreistellig dann noch mal kostet monatlich für ja ja nee der 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 im prinzip auch mal monatlich drei dreistellig kostet und gerade wenn du dann gar nicht online bist heftig arbeit da wird nicht diskutiert bei mir also da habe ich auch noch nie diskutiert was willst du machen aus den verträgen kommst du nicht raus kannst du nicht jederzeit ausmachen und wenn ich das ding ist halt für mich und das ist immer der anspruch den ich habe an alles was ich baue wenn ich morgen früh aufstehe und beim scheißen fällt mir ein ich will mit dem auto 1000 kilometer fahren dann muss das ready sein immer zu jeder zeit je also wirklich rund um die uhr 365 tage im jahr muss das ding gehen für mich da gibt es auch ist egal ob jetzt corona ist oder ob ich das nicht machen kann oder dies das ananas wenn ich morgen sage ich will losfahren muss das funktionieren wie oft ist das jetzt schon vorgekommen seitdem du in den backpack hast was dass dir das so in den kopf geschossen ist so jetzt jetzt will ich vollgas ja ich bin letztes jahr bin ich einmal letztes jahr bin ich einmal einfach so spontan mit leslie in die niederlande fahren so aber da ich mich strikterweise an die auflagen halte mache ich das gerade nicht und bremse mich aber ansonsten wäre ich auch schon losgefahren schon lange gut corona ist jetzt natürlich so eine so ein ding das kannst du jetzt überhaupt gar nicht mit mit einberechnen da corona hat im prinzip alles durcheinander gewissen geworfen aber ich sag mal so also ich bin jetzt nicht der streamer der der scheiß also geld scheiß oder unglaublich viel geld verdient aber mir ist das halt einfach wichtig dass das geht so und wenn das jetzt im monat halt 300 euro kostet dann kostet das halt 300 euro okay und der steuerberater sagt haben sie schön gemacht hätte sinken können wir 300 euro anrechnen haben sie aber irgendwas gemacht ne liegt gerade nur rum gut lassen mal auf können wir gegenrechnen so verstehe ich will ich bin auch nur ein bisschen erschrocken weil 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 wie du gerade schon gesagt hast ne da entstehen gerne mal schöne dreistellige kosten und auch zwar nicht ganz im unteren bereich und das mal ein ganzes jahr wo man es nicht benutzen kann das ist schon heftig aus den verträgen gebe ich dir recht kommst du natürlich nicht raus nur bei so einem provider also den müsste man ja backupen können und ne aber ja ich verstehe schon nicht ja klar kann den backup aber der muss ja jedes mal wenn du den wenn du den wiederkriegst muss den dann noch einrichten ich sag's mal so steuerliche last senken ist was schönes das stimmt korrekt steuerlast senken ist immer was schönes da ich jetzt nicht unbedingt jeden tag computerspiele kaufe mache ich das halt so und für mich ist also wie gesagt für mich ist das halt super wichtig diese diese freiheit zu haben und diese freiheit da kaufe ich mir halt einfach so das ist wie alles andere auch in meiner wohnung oder alles was mit meinem stream zu tun hat ist es muss jederzeit wenn ich das möchte muss das gehen ohne irgendwas zu installieren irgendwas zu machen oder sonstiges dergleichen dafür lieben mich viele menschen dass das so ist und genau deswegen ist das also kurze kurze frage wo du gesagt hast das muss dann so laufen wir hatten ja beim letzten mal schon darüber gesprochen dass du bei deinem setup im prinzip alles mit smarten steckdosen ausschaltest damit quasi da kein kein saft mehr fließt so na ich egal bei welchem produkt egal ob bei den günstigen oder bei den teureren smarten steckdosen hast du jemals das problem gehabt dass die dass die random einfach mal ausgeschaltet haben oder sich nicht mehr haben schalten lassen ne noch nie weil welche 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 benutzt du da bei dir ich habe glaube ich irgendwie ja tp-link sind das okay mit den strom zählen weil ich also mein büro messe ich also äh schaue ich mir als stromverbrauch an ja ist bestimmt ist bestimmt lustig so wie wenn man früher alles angemacht hat das zusammen stromzähler ging und erst mal geguckt wie schnell das rädchen sich so dreht ne so schlimm ist das gerade nein natürlich ist das nicht so schlimm natürlich nicht auf auf dauer natürlich ist kommt da schon was zusammen aber es ist nicht so dass man jetzt hier so ein kleines akw im keller bräuchte das ist schon klar auch da muss ich ganz ehrlich sagen in relation gesetzt was hier alles läuft verballer ich da auch nicht so viel strom also ja es ist eine vierköpfige familie was man verbraucht so aber wenn man überlegt was hier wirklich non stop jeden tag über zehn stunden an ist ist das nicht viel sagen wir pass auf wir können ja sagen du verbrauchst im audio bereich auf fall deutlich weniger strom als ein gewisser herr punkt ans ratte würde ich auch nicht sagen mit seinen ganzen vorverstärkern und alles naja gut den rechner aber mal die ganzen anderen rechner dagegen und alles was halt noch so licht und dann bist du gleich sich das nachher auch wieder aus so die vorverstärker werden ja auch von der last her halt einfach nicht zwei andere computer die extra noch da sind aus buhlen so das sind ja die größten konsumenten sozusagen aber jetzt noch mal zurück zu deiner wireless geschichte ja der rucksack ist wireless und das einfach die geilste erfindung auf dem ganzen fucking planeten also jetzt eigentlich schon in den letzten monaten wie jetzt durch corona natürlich nicht viel passiert oder so aber was wäre denn die nächste weiterentwicklung dafür weißt du wir haben am anfang genau beim irl backpack wir haben wir haben wir haben irgendwie so eine art von encoder einheit das ist ja dann das wie heißt das live you war das da gibt es glaube ich zwei verschiedene versionen eine mit mehr slots und möglichkeiten mehr modems anzuschließen aber im prinzip machen macht der live you backpack in anführungszeichen nichts anderes als du hast einen kleinen pc in also ein abgeschlossenes system also anders tun bei dem iquellen anschließen kannst dem ist es egal ob da jetzt eine playstation dranhängen würde oder halt eben eine kamera du hast eine stromversorgung dieses ganze power und du hast eine verbindung ins internet in dem fall ist das gelöst dass man per usb dann usb modems anschließt die in verschiedene netze sich einklinken können das system hat außerdem eine bonding funktion das band ne bonding ist das gar nicht eine fallbacks funktion das heißt wenn auf dem ich sag jetzt mal telekom netz kein kein nicht nicht genug datenbandbreite verfügbar ist also durchgeht dann zwitsch der auf den auf das nächste netz rüber so oft auf die weise hast du halt selbst bei einer schlechten netzabdeckung von dem provider eins könntest du theoretisch auf diese offene auf provider zwei oder drei gehen je nachdem wie viele netze du halt einbindest und das wiederum wird nicht direkt so twitch gesendet sondern halt auf einen server der in dem fall jetzt im netz stehen würde der code das ganze dann noch mal wieder ballert dann auch die ganzen overlays und alles weiter mit rein die ganzen alerts mit rein und dass das der zuschauer im stream halt das gewohnte bild halt irgendwie sieht und weißt du welcher irl streamer bei dem ich am meisten zeit verbringe kennst du real shakun ja den australia ja ich das ich weiß ich guck bei keinem zu wenn er irgendwie einfach nur fischen geht oder sowas bei dem schon ich weiß nicht warum der jetzt so ganz komische art an sich also für mich angenehm zu schauen so oder der typ ist einfach nur crazy ja so ich mein der der sitzt bei 35 40 grad läuft er draußen mit seinem rucksack rum mit immer mit seiner cam immer mit seinem chat am handgelenk so es ist absolut crazy und dann ist er auf irgendeiner scheiß insel vor neuseeland oder vor australien oder sowas frazers island und du müsstest halt irgendwie denken die können doch da kein netz haben und so selten wie die netzabbrüche dahinten haben unfassbar ja das macht schon spaß das brauchst du in google germany brauchst du das nicht machen so also deswegen hast du halt auch einfach drei netze also ich kann mal so also erstens kannst du modems über lan anschließen wlan und dann hast du noch dreimal ne zweimal usb also für die umts sticks dann ist der unterschied dass es eine sti und hdmi variante gibt und es gibt nur ein hdmi port so also zumindest uns also wenn es nicht schon eine neue gab also das ist so mein wissensstand man kann offene kosten für was für das live you frage aus dem chat laufende kosten ich glaube wenn ich mich jetzt nicht recht also entweder kostet das 500 dollar im jahr oder 1000 dollar im jahr aber dann ist ja die frage was kriegt man für diesen service geboten weil live you hat ja auch einen eigenen server über den du das schicken kannst ich ehrlich gesagt kannst du das ding nicht benutzen wenn du das nicht bezahlt warum auch immer habe ich noch nie herausgefunden habe ich mich ehrlich gesagt nie wirklich nicht also nicht beschäftigt das will ich damit nicht sagen aber ich habe noch nie verstanden warum das ding so viel knete kostet im jahr es gibt also ich kenne diverse projekte die versucht doch weiß ich ja bitte naja die software da drinnen und wie du das bild von dem ein zum anderen sendest also du musst halt wenn du das ding ja einrichtest bist du bei denen auf dem auf dem dings unterwegs auf dem overlay also nicht in der box selber sondern im netz ist der scheiß und das ist halt die gebühr die du sozusagen für dafür bezahlt okay jetzt wenn ich drüber nachdenke ja okay chat sagt es gibt mittlerweile schon neue gerät von live you mit mehreren hdmi eingängen die teile kosten aber bis zu 3k ja theoretisch theoretisch könntest du ja auch wenn du nur ein hdmi eingang hast du könntest ja dann sowas wie das ach wie hieß das ding war das von blackmagic das was schlomer vorgestellt hat atom atom ja theoretisch könntest du dir so ein switch oder sowas davor hängen und kannst dann halt auch verschiedene quellen mit einbinden also also da jetzt ein workaround zu schaffen okay jetzt kommt was jetzt ist ich ich spüre warte warte ich spüre es wird eine wohnmobil story nee nee ich spüre dass sie hat schon gebastelt und gelötet und gemacht und getan mein freundlich aber also pass auf wir haben ja wir haben früher als wir bei der rl tour gefahren sind haben wir vier kameras gehabt haben wir von roland in den videomischer gab dankeschön an der stelle noch mal an roland die das möglich gemacht haben zur rl tour hashtag werbung by the way und das ding also pass auf bei der live view gibt es ein kleines problem sobald die live view einmal das hdmi signal verliert ist es wahrscheinlich dass er danach die kamera nicht mehr erkennt du musst die live view neu starten was sehr lange dauert bei der way also wenn wenn das hdmi signal dort nicht mehr drauf ist ist es aus feierabend das roland gerät ist so groß und ist für den rucksack super unpraktisch nicht drauf gekommen im rucks also wenn du rl mäßig unterwegs bist ist cool im auto oder so eine scheiße ist super witzig aber ich habe mich mal daran gemacht und habe mal was gebaut und ich habe mir so ein schön so ein hdmi switcheroo bestellt mit mit vier dingern hinten dran und zwei zwei ausgängen und so ein shit weil ich damals ich wollte mir unbedingt drohne kaufen weil es gibt ja ich habe auch eine möglichkeit gefundene drohne in den irl stream einzubinden so so wie unsere herren farmer ja genau aber die haben ja die haben ja nicht so ein rucksack sondern die machen das glaube ich über ein laptop sowohl als auch also ich kann mir gleich noch rein ja also es gibt möglichkeiten so und ich war wollte das damals aber so kompakt wie möglich bauen dass das halt auch ein rucksack passt so dann habe ich mir so ein hdmi switch gekauft und die powerbank die wir benutzen kann man übrigens fast nirgendwo mehr kaufen die scheiße das regt mich übelst auf also ich bin froh dass ich noch eine habe eine funktionieren habe aber auch schon ersatz gefunden auf jeden fall hat die zwei zwei ausgänge einmal 12 volt und einmal 20 volt glaube ich und mit 20 wollen jetzt kommt der clue an der ganzen sache sobald wenn du ein gerät mit der falschen stromstärke versorgen versorgst grillen die alle hdmi geräte durch und die live view dazu das hat übrigens dankeschön sascha ausprobiert und hat sich eine komplette live view gegrillt vor ein tag bevor wir vier tage nach holland gefahren sind und dann ging der witz erst los dass wir dass ich dann angefangen habe mit strom spannungs wandlern rumzuspielen das zusammen zu löten und diesen hdmi switcher auf die vollzahl zu kriegen dass die hdmi geräte nicht die falsche vollzahl kriegen dass nicht alles kaputt geht ich habe es dann hingekriegt by the way ich konnte mit meiner fernbedienung in meinem rucksack das bild umschalten jetzt darfst du dreimal raten was ständig ausgegangen ist richtig die live view jetzt ständig die kameras nicht erkannt ist der größte bullshit auf dem ganzen planeten und du kriegst es halt leider gottes nicht vernünftig transportiert also das zwischenstück was du dir baust ich habe nie ein zwischenstück gefunden was funktioniert ich habe zwar was gebaut was stromtechnisch funktioniert und theoretisch auch bild liefert aber das war eigentlich immer random und das witzige an der ganzen sache ist man konnte wirklich beides gleichzeitig machen und durch durch den trick von diesen von dieser gerätschaft mit konntest du auch bild in bild stream also das war halt wirklich cool du hast halt eins von deiner schulter gehabt oder eine kamera oder du bist mit dem dings rum geflogen alles im rucksack mobil zum gehen aber das ding war das war so anfällig dass es kein bild übertragen hat das ist wirklich ein pain in the ass war und eigentlich totaler bullshit so und dann musst du ja immer rechnen du kannst dir so ein video switch ru gerät kannst du dir mitnehmen und du kannst ja auch das von black magic kannst du dir einbauen aber dann hält deine powerbank auch einfach mal nur vier stunden so bei 25 ich glaube nee wie viel milliamp 200.000 milliampere stunden sind das glaube ich bei den großen weiß ich es nicht keine ahnung vier stunden ist das ding weg und das da bist du dann halt auch aufgeschmissen weil du willst ja nicht auch drei so eine dinger mitnehmen so und wenn ich mal überlege also ich meine iel stream erfahrungen haben sascha und ich ja was wir da abends an strom in die dinger gejagt haben also wir haben ja zwei so nee wir haben drei große powerbanks jeden abend geladen dann noch drei von diesen normalen klein also 25 milliampere diese anker dinger und dann alle kameras laden dann die live view laden und sowas das sah halt aus als wenn du da in einem scheiß kernkraftwerk sitzt der ganze tisch war einfach nur voll mit geräten und handys und so ein kack und da hört es halt beim live stream es ist alles schön und man möchte dem viewer das bieten können aber ist wirklich ein pain in the ass also es ist auch super irgendwann wird es unbequem und dann lohnt sich auch für kein geld der welt dass du diesen komfort ablegst einen ganz normalen rucksack zu haben wo einfach das ding auf der schulter ist und das so läuft und wir haben das halt wirklich schon echt durchgespielt dieses game also wir wir haben wirklich schon echt eine menge gemacht und gebaut und wir haben schon mit hier großen sony kameras sonnenuntergänge gefilmt und so ein scheiß aber es ist halt irgendwann an einem gewissen punkt kommt so an da kannst du halt auch einfach zuhause stehen weil du so viel shit in deinem rucksack drin hast dass das einfach kacki ist ja wie du schon sagst muss eine gewisse balance da sein zwischen zwischen was kannst du damit machen und was 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 wirst du machen und am ende des tages wie viel wiegt der ganze scheiß oder wie du schon sagst wie viel stromverbrauch hast du da damit du nicht irgendwie nach vier stunden sagst so okay der stream endet halt heute jetzt mal ein bisschen früher weil wir keinen saft mehr haben ätzend das ist uns übrigens passiert als wir von von polen nach hause gefahren sind weil wir waren bei der rl tour sind wir ja das letzte land was wir noch durchfahren haben war polen und wir hatten polen einfach so die fresse dicke weil da überhaupt kein internet war wir sind wirklich in polen reingefahren also wir sind aus litauen raus und sind kein internet mehr instant tot nix aber dabei geben dabei geben noch die die polenischen zuschauer ganz gerne damit an wie günstig ihre provider so sind ja sie haben alle festnets aber internet so haben die nicht also auf dem land ist da halt das ist genauso schlimm wie in deutschland naja wie dann also darüber gefahren wir haben es wirklich hingekriegt äh wir haben es wirklich hingekriegt mit dem ganzen shit den wir hatten beide große powerbanks leer zu machen und eigentlich nicht mehr wirklich funktionieren stream zu können bis wir in berlin angekommen sind und dann wirklich so zehn minuten später ist alles ausgegangen scheiße ja aber weißt du was wir da an strom durchgejagt haben da war richtig da so da ging in berlin bei mir der stromzähler da konntest du wirklich und einmal alles aufleihen ja glaube ich ja ich sehe gerade was aus dem chat bald starlink dann alles easy zum starlink habe ich mir auch ein paar videos angeschaut das ist quasi das satellitengestützte internet ähm das jetzt von ähm also ne firma von ellen musk sozusagen äh betreibt oder beziehungsweise hochfährt das ist immer noch beta das ist immer noch in der in der in der werde und erschaffungsphase also sind diese ganzen sachen die man da jetzt so sieht sicherlich noch nicht wie es dann später sein soll oder wie es wie es funktionieren soll ähm aber eine information finde ich sehr erschreckend oder sehr schwierig ähm wenn du das ding zu hause aufbaust das hat ja eine motorisierung und bewegt sich auch natürlich und richtet sich am satelliten aus und so weiter das braucht permanent circa 100 watt das heißt du hast bei den aktuellen stromkosten in deutschland pro jahr über 300 euro die du nur verballerst damit zu benutzen kannst ohne das ist nur dein persönlicher stromverbrauch das ist schon echt viel und aktuell ist das auch nicht dafür ausgelegt dass man sich bewegt damit also sprich auf ein wohnmobil packen und dann einfach mal vollgas geben sowas in der richtung momentan ist das eine stationäre geschichte weil du aktuell wohl auch nur auf eine zelle ausgerichtet bist du das nutzen kannst und später soll das natürlich funktionieren dass man zum beispiel damit auch kreuzfahrtschiffe oder auch containerschiffe oder sowas anbinden kann na klar aber aktuell ist das darauf nicht ausgelegt also da geht noch ein bisschen zeit ins land aber sehr interessant was da jetzt schon an bandbreiten schon bei dem noch nicht vollständig ausgeführten netz möglich sein wird da wird das wird auf jeden fall noch mal knallen also nach oben positiv mehr schnell groß fahr mal nach skandinavien da brauchst du starlink nicht also pass auf der witz ist ja an der ganzen sache wir sind ja als wir losgefahren sind haben wir uns für ein monat für 1400 dollar internet gekauft über unlimited irl ja die größte scheiß auf dem ganzen planeten by the way hat überhaupt ein scheißdreck funktioniert weil die modems überhaupt nicht ging keine ahnung was sie da für eine jauche uns geschickt haben wir haben wirklich zwei wochen no joke von einer telekom karte wir haben es wirklich hingegen also skandinavien war glaube ich zweimal oder so internet weg und da waren wir im allertiefsten fucking dschungel sind wir auf dem campingplatz gekommen instant 4g volle rotze aber jetzt mal die doofe frage ich bin kein techniker in dem bereich habe davon wirklich wenig bis keine ahnung liegt es auch daran dass wir also in deutschland dass die mobilfunk anbieter sich da die vor vor seit den 90ern die taschen voll machen ist klar aber liegt es auch daran dass wir dass wir in deutschland vielleicht auch sehr restriktive strahlungswerte haben die maximal eingehalten werden müssen und in anderen ländern kann man ein bisschen weiter aufdrehen ich sage jetzt einfach mal fünf das einfach das fünf gigahertz netz zu hause das darf im faktor ich meine zehn stärker sein in amerika als in deutschland dann hast du halt eben dein eigenes fünf gigahertz netz zu hause dass das bis in den garten reicht das ist hier quasi nicht denkbar wenn du nicht mehrere von deinen scheiben halt irgendwie aufhängst doch das ist möglich man muss sich nur ein amerikanisches produkt kaufen ja wir brauchen jetzt gar nicht dafür werbung machen dass man sich ein produkt kauft das man auf amerikanischen das kannst du hier ganz legal europäische wenn ja klar ja 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 und dann stellst du halt einfach nur das auf die amerikanische version um das ist mir schon klar das läuft so das geht und dann also geht so durch ich ja auch auf licht also lichter habe ich auch nicht gewusst habe ich gekauft habe angemacht und dann auf einmal dachte ich so oh das ist ja krass also also wie gesagt am ende des tages wenn man immer so sachen hört von wegen ja in schweden kannst du am hinterletzten zippel von irgendeinem see urlaub machen und du hast halt perfekten vier oder fünf g empfang jetzt halt da ne so das finde ich auch geil und ich bin da auch neidisch gar keine frage fahr mal hier ein bisschen durch durch einfach nur durch die durch die Felder hier mit rein oder fahr einfach mal von einem kaff im münsterland vom anderen da hast du auch instant kein netz mehr so ne das kotzt mich halt auch an so ich kann ich würde super gerne einfach mal jetzt im sommer mit dem fahrrad ein bisschen durch die gegend ballern ein bisschen fahren ein gimbal ans fahrrad anschrauben dass das bildschirm stabil ist und vollgas so ne kann ich knicken kann ich knicken ich kann keine fünf kilometer fahren ohne dass das netz dreimal weg ist ekelhaft deswegen ja drei sim karten dann geht's da hilft ja auch keine drei sim karten da reden wir darüber dass wir technische probleme haben weil wir durch 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 hochspannungsmasten fahren also die unten drunter her fahren wir reden darüber dass das dass wir hier dann meistens einen dominanten provider haben ob das jetzt die telekom ist oder o2 das ist jetzt erst mal egal ne und dass die anderen dann auch nicht gut ausgebaut sind das zumindest war das vor ein paar jahren noch der stand so also damit kannst du es halt ein bisschen kompensieren also kannst du halt wirklich damit ja also deswegen hast du die scheiße ja damit du denn alles sozusagen mehr oder weniger als er sich aus allem was saugt und das bündelt und dann haut es einigermaßen hin aber das ist schon also IRL stream in deutschland ist einfach also es ist einfach also für deutschland ist einfach viel zu teuer so weil du brauchst diese ganzen provider scheiß sonst brauchst du nicht losgehen also du hast selbst also wirklich in berlin am bundestag am fucking bundestag hast du wirklich am fucking bundestag wirklich direkt davor kannst du keine 1080p vernünftig stream kannst du nicht ist nicht möglich das wollen die wahrscheinlich nicht ne das ist das das haben die so eingestellt das ist also ohne scheiß kannst du komplett knicken oder du fährst auf der autobahn ja und das ding ist in deutschland die autobahn hat das best ausgebauteste netz ist einfach period ist fakt da gibt es das beste netz auf die ganz lange strecke aber selbst da kannst du an manchen stellen nicht mal telefonieren so hast du drei sim karten geht es gerade so kannst du machen und das also das wirklich was was unfassbar traurig an der ganzen sache ist also ich habe durch das IRL stream irgendwann wirklich aufgehört mich darüber zu beschweren du kannst halt in fucking in der schweiz kannst du dir so einen rucksack aufziehen du kannst in die allerletzte ecke also die allerletzte ecke die alpen hoch kraxeln stellst dich nackig in schnee und hast fucking 5g aber den ganzen weg hast du 5g und wirklich wenn du dich richtig erschrecken willst was IRL stream angeht fährst du nach schweden in die wirklich allerletzte kubblicke in das allerletzte loch wo alles nur voller bäume ist und da ist eine einzige holzhütte wo ein einziger einmal im jahr hinkommt du hast 5g und kannst voller day stream mit 10.000 mbit du stehst an diesem see du stehst wirklich also das war ja für uns absoluter kulturschock als wir herausgefunden haben dass die sim karten kacke sind und wir nur von einer sim karte geschrieben haben und irgendwann wirklich an an so einem seestanden und ich zu sascha auf der karte gehe ich so sascha es könnte schwer werden mit stream wir machen uns dann einfach nur einen schönen abend ja und dann sind wir durch so einen wald durchgefahren netz war wirklich weg weil decke war war zu so logischerweise es krisselte super viel du bist wirklich original du bist aus dem wald rausgefahren hast freien himmel gehabt guckst auf das sender guckst auf die sendending das hat mit 15.000 hat das gesendet und du bist halt vom glauben abgefallen und da stand nichts da war kein also wirklich jim da war kein einziger mensch niemand nur wir und du hast keinen auf dem see gesehen war nix da war komplett 15.000 denkst du so hey wir haben den letzten lebenden menschen vor drei tagen gesehen und haben immer noch netz geil ja also weiß ich nicht da hängen wir da da hängt man in hängen wir also wir wir ihr sie hängen da schon noch ein bisschen hinterher ja definitiv ja aber das ist halt also wo wir da jetzt von wireless reden das ist ein schönes spielzeug und macht auch echt viel spaß sowas zu nutzen und ich finde es auch sehr schön dass so innovation in diese ganze sache reingekommen ist weil du bist zum beispiel auch heutzutage nicht mehr angewiesen auf einen auf einen server so wie du schon gesagt hast und dann kannst du halt nach hause streamen wenn du das machen möchtest und hast halt genau das also das hat man ja früher nur gemacht damit der stream nicht ausgegangen ist wenn man kein netz hat also nur deswegen hat man das normalerweise wenn du vom handy stream ist kannst du ja vom handy stream und bei den rl streams gibt es ja den switcheroo das so ich habe gar kein signal ich bin gleich wieder da und das gab es früher nicht bis twitch das eingebaut hat by the way und deswegen hast du dir einen server geholt und das war früher echt bockenteuer weil der braucht ja ordentlich dampf dass du da full hd stream kannst jetzt mittlerweile kannst du ja schon nach hause streamen das ist schon echt gut da muss ich mir eben eingreifen also twitch hat diese funktion eingebaut wenn wenn jetzt mein netz komplett weg wäre zack dann würde auf meinem stream dann dieses disconnect dingen halt irgendwie laufen das ist auch wieder so ein schönes beispiel für und ich meine das jetzt nicht böse gegenüber twitch aber das ist wieder so ein beispiel für hey wir haben eine coole funktion die 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 viel stress wegnimmt weil man dann versteht ah der hat gerade einen ausfall gehabt netz ist gerade weg was auch immer aber logischer wäre es doch wenn man das jetzt war von auf seite von twitch weiter aufbauen würde eben für rl streamer die dann quasi ihren eigenen screen einbauen können okay das netz kommt gerade nicht es kommt eine zu geringe bandbreite rein wir switchen eben kurz zu dem ding dass man selbst kustomisieren kann hintergrundbild vielleicht musik what whatever ja gut musik ist gar nicht schlechtes beispiel aber you know what i mean musik geht auch immer noch epidemic sound ohne dmca easy peasy hast du dir das update von vom stream deck angeschaut ich habe es gelesen von aber nee habe ich noch nicht habe gesehen dass du das heute gemacht hast ja die haben sound effekte das erinnert mich sehr an die youtube sound bibliothek somit reingeführt so alle möglichen sachen smash sound explosion so ganzen krims krams und musik zum das erinnert mich total an epidemic sound so ne verschiedene kategorien zum durchskippen und so weiter ich brauche das jetzt für mich persönlich nicht unbedingt auf meinem stream deck aber es gibt so ein paar sound quellen die werde ich mir da auf jeden fall mal drauf ziehen dann noch icon packs die plugins sind jetzt ein bisschen übersichtlicher haben eine eigene kategorie bekommen früher gab es ja nur den plugin ich weiß gar nicht wie das früher hieß ehrlich gesagt beim stream deck hier geht es lang zu den plugins und jetzt heißt das ganze ding halt store was schon mal den hinweis geben könnte es könnte sein dass sie das später mal verkommerzialisieren das binne von kostenpflichtigen icon packs oder sowas i don't know das ist aber auch muss man ganz ehrlich sagen das ist das trug pferd von elgardo also keins kein anderes produkt ist so fucking useful wie ein stream deck gibt es keins plug in plug ins der ganze shit der dazu und jetzt kommt mir bitte nicht mit euren ghetto lösung von euren nummern blöcken und so ja das geht alles ist okay dass aber auch schon fancy und fetzig und man kann da schon echt eine menge mitmachen natürlich kann es warum warum gibt es keine schnurlose wireless version von dem stream deck wofür damit man es bewegen kann damit man es mit sich nehmen kann damit man das damit es nicht an diesem kabel hängt immer und an eine an diese kabellimitierung gebunden ist ja okay dann rechnen wir durch ich habe das große hier das sind vier zwei vier sechs oder das große das große hätte ich auch noch gerne das ist halt schon eine menge strom weil also es ist ja alles bebildert muss immer an sein damit das sehen kann also ich glaube so strom werden limit wegen akku ja weißt du wie das ding von innen aussieht ich hatte mal einen kabelbruch in so einem teil und es war halt ein kabelbruch hat man halt gemerkt ich habe es auseinander genommen wenn man es im stream repariert und im prinzip besteht das das stream leg ja nur aus einem kleinen display das ist so ein kapazitiver touch display und darauf hängen dann solche gumminoppen so in anführungszeichen das sind die einzelnen knöpfe so und es ist halt dann wie so ein handy display im weitesten sinne ja das ist noch ein bisschen stumpfer von der technik her weil es ein kleiner naja es ist halt am ende des tages kein handy display aber du bist doch partner schlag das doch mal vor aber ich weiß elgato wird dir dann sagen hey lieber jim lade doch einfach die app runter dann kannst du das auf deinem handy mein gegenargument zu der app und auch den lösungen wie touch portal zum beispiel ist ja immer die ich finde es total gut dass ich hier so ein knopf habe auf den ich drauf drücken kann und ich habe dieses kapazität dieses feedback für meinen finger ich habe diesen knopf gerade gedrückt so und bei einem handy muss ich halt hingucken was ich drücke und da passiert nichts ja also es signalisiert mir mit einem mit einem dass ich da was gedrückt habe okay aber ich krieg kein haptisches feedback also dazu also du kannst hier viele sachen komplett blind greifen ob das jetzt so ein so eine notepack lösung ist oder ähnliches sagen und ich finde die alternativen auch super das ist kann ich will das nicht schlecht reden ich hatte mit touch portal das problem dass der server immer abgestürzt ist also das programm was dann auf dem computer läuft das ist aber jetzt auch schon wieder zwei jahre her und das kann ja auch ein lokales problem bei mir gewesen sein wird es ja auch aber ich mag halt wie gesagt haptisches feedback und wie du vorhin schon gesagt hast das streamdack ist ein selbstläufer weil du hast halt so viele plugins und ja es gibt diese eine person im chat die könnte jedes plugin selber schreiben aber wenn sich auf der scheiß anderen seite also bei dem bei der seite wie wie keine ahnung twitch oder wo auch immer was an der api ändert dann musst du dein programm anpassen das macht dann in dem fall aber elgato dann halt für dich na das kaufst du dann halt mit da ein okay also für die wireless geschichte ja könnte ich also ich bräuchte es nicht aber ja verstehe ich ich finde die streamdacks super und ich würde also ich hätte ganz gerne zwei große schwarze streamdacks ich habe ja von dem von dem kleinen weiße version elgato hat ja vor letztes jahr mal irgendwie angefangen da so an esport teams glaube ich und ein paar influenza so so farbige mit eigenen logos halt irgendwie mal so rauszuschicken ich glaube das war so ein vorab test ich denke ich kann mir gut vorstellen dass die entweder solche cover mal rausschicken dass man die nachträglich bestellen kann oder vielleicht auch mal komplett anders farbige version weil es wird ab und zu mal so danach gefragt so halt und ich hätte super gerne zwei große dann also da hätte ich wirklich genug knöpfe für alles also ich habe ein großes auch voll das geht schnell ja das geht wirklich schnell aber ich habe ich habe da drüben auch am racing pc habe ich auch noch zwei kleine habe ich auch voll also das geht die kleinen waren jetzt vor kurzem erst wieder im angebot auch bei amazon für 100 euro ja das ist so der der absolute tiefpreis von den teilen also darunter habe ich die noch nirgendwo gesehen vielleicht wird es irgendwelche gutschein codes geben dass man es auch für knapp unter 90 schon mal gekriegt hat aber so standardmäßig war das bisher so der ich sag jetzt mal historisch tiefste preis der schon ein paar mal erreicht wurde und das große kostet 215 glaube ich ja das das ist natürlich dann schon mal so eine hausnummer aber ich gebe dir recht für das was man damit macht und du benutzt es wirklich täglich es ist arbeitsmaterial ist der geilste shit sag ich dir so wie es ist ich liebe es heute noch ich also wenn wenn mich korsair oder gartner fragt dann da gibt es immer nur lobis hymnen auch also ich finde auch dass sie da sehr viel so im hintergrund auch daran arbeiten was ich sehr schön finde ja es ist nicht irgendwie so ein produkt ja hier fress mach mal vollgas ne in drei jahren kommen bringen was nächste ding raus sondern es hat sich also speziell beim streaming hat sich halt schön entwickelt ja wenn da wirklich jemand vollgas 24 7 dran sitzen würde wären wir sicherlich schon weiter aber die plugins sind weiter geworden es kam es kam immer mehr support für immer mehr durch die plugins eben für immer mehr services und dienste ob du jetzt deine philips u einblenden möchtest oder eben kurz den bitcoin kurs abrufen möchtest so dass es geht alles es geht also es gibt echt viele sachen die die es da gibt ich finde ich echt gut ja das stimmt aber darüber wollten wir jetzt gar nicht reden das ist übrigens auch mal so ein thema streaming gadgets machen wir nächstes mal machen wir nächstes mal streaming gadgets wir sind doch schon wieder echt lange dabei heute also bei der bei der ganzen geschichte hier schon 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 okay ich mach mal kurz ich schlag mal wieder die brücke wieder zurück ja also äh nummer eins du hast gerade gesagt streamlack gibt's ja auch gibt's ja auch fürs handy es gibt von in dem fall ist es jetzt von elgato ja es gibt auch touch portal und noch ein zwei andere sachen die die so eine gewisse popularität haben auch das layer on board zum beispiel ist auch so eine software die man auch direkt auf seinem handy oder tablet installieren kann die ähnliche funktionen hat sogar viel weiter weil das vermisse ich von elgato echt noch dass man du kannst ja auf dem auf dem streamlack alles machen von szenen wechseln bis sounds abspielen oder sowas warum hat man keine schnittstelle direkt zu twitch dass man sagt bei einem sub spiele das ab oder wechsel in die szene oder führe diese multiaktion aus oder sowas und dann weiter gesponnen du kannst dann könntest dann ja sagen da stehen ja sachen im text wie hey jemand hat dir 100 bits gegeben oder 101 bits oder sowas genau bei diesem betrag führe diese aktion aus das gibt es von elgato noch nicht so und entschuldigung da wollte ich gerade gar nicht darauf hinaus aber diese aber diese software gibt es halt eben auch für das handy das ist dann wiederum komplett wireless was bedeutet du brauchst keinen strom datenfluss oder sowas hingegen mit da dran klar die dinge halt natürlich nur nur ihre akkulaufzeit und dann dann das ende verstehe ich jetzt habe ich gerade meinen faden verloren fällt mir gerade auf aber es ist eine wireless anwendung im wlan du brauchst keinen sender slash empfänger weil das alles genau 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 ich wollte auch was völlig anders hinaus gerade wenn das ipad wenn das ipad pro nicht so teuer wäre bei der wälder dann hätte ich sehr viele wireless geräte ipad pro fängt an bei 1000er ja ich hätte jetzt eins ich hätte elf gestellt geschätzt 1100 euro und der akku hält wie lange ganzen arbeitstag wahrscheinlich zehn stunden ewig ist krass also ich ich habe manchmal wenn ich einschlafe läuft netflix noch acht stunden oder so gefühlt ist das irgendwann mal sind sie wirklich sind sie am schlafen eigentlich und dann hat das ding halt noch super viel akku also das schon krass ich will ich muss auch ganz ehrlich sagen wo wir gerade von wireless ich bin so ein bisschen ich habe irgendwie gerade das gefühl ich möchte mir den surface pro kaufen und das mal ausprobieren ja verstehe ich die surface geräte von 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 den der gibt es ja muss ja mittlerweile aufpassen es gibt ja welche die dann wiederum auf auf einem mobilen prozessor basieren und nicht nicht einen desktop oder mobilen notebook chip oder sowas in der richtung aber surface von den leuten die das vor jahren schon benutzt haben ich habe noch nie gehört dass einer unzufrieden damit war noch nie finde ich echt gut ich muss ganz ehrlich sagen was mich am meisten reizt an der ganzen geschichte ist mir den surface zu kaufen und mac os drauf zu installieren hey ich kaufe mir ein macintosh und ich zieh mir sofort ich zieh mir sofort windows drauf und du so hey ich kaufe mir ein windows gerät und da zieh ich dann erst mal mac drauf ohne scheiß also wirklich alex es gibt kein also linux okay aber es alter windows ist einfach nur ein haufen scheiße gegen mac os ich sag's dir so wie es ist also ich schwöre auf den scheiß also wenn ich könnte hätte ich nur noch ein gaming pc mit windows drauf und ich bin kurz davor es fehlt nicht mehr viel dass mein streaming pc mac os kriegt fehlt nicht mehr viel ist wirklich nur so ein müh noch ich habe auf dem streaming pc haben wir auch schon mal darüber kurz geredet einmal ubuntu darauf gezogen und um dann ausprobieren weil es halt für die für die für die für die menschwelt karte gibt es treiber für linux und für ubuntu auch speziell habe das mal ausprobiert lief anstandslos also direkt ohne ich musste nichts ich habe den treiber installiert es lief out of the box also easy also von einem von einem linux system zu streamen überhaupt kein problem und und wenn ich mich jetzt hier so umgucke was ich gerade hier so laufen lasse an anwendungen die also stream pc relevant wären oder sowas vielleicht ist mein nächster stream pc auch linux wer weiß also das wenn es geht würde ich es echt machen also weil du du killst halt super viel hat wer fressende fressende scheiße übrigens bei der surface idee weil das gerade auch bei mir im chat angesprochen wird bei der surface idee geht es einfach nur darum noch ein größeres tablet als das ipad zu haben wie groß ist dann das surface ich glaube das geht so 14 15 zoll also das sind noch mal drei zoll mehr okay das ich habe das man ja das ist so dein fetisch ich verstehe das absoluter fetisch also wirklich so bildschirme größe quatsch machen ist mein absoluter fetisch also das ist ja ich weiß was du wireless benutzt du du steuerst deinen mischpult mit dem tablet ah ja das genau ja also da hinten ja hier nicht aber da hinten ja stimmt ja ja genau du steuerst das mit dem tablet das wird zwar mit strom versorgt also strecken schon ein kabel dran aber die verbindung zwischen deinem tablet und quasi deinem mischpult ist schon wireless ist das eine direktverbindung oder ist das läuft das über deinen wlan ne direktverbindung krass ne wlan ne ha noch ja also das mischpult ich weiß schon wie ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie mischpult hängt im lahn und der rest kann dann ne moment dein mischpult kann aber auch ein eigenes wlan aufmachen ja finde ich aber scheiße weil er hat nicht genug power da ich ja hier so einen wunderschönen teller habe nach äh europäischer norm übrigens by the way äh wie heißt das nochmal ich hab den marknamen schon wieder vergessen ne das sag ich dir jetzt nicht ich möchte jetzt für solche sachen hier keine werbung machen ähm nie queef queef weiß ich nicht ähm aber damit kannst du halt in der ganzen bule auf das ding zugreifen übrigens und das also da muss ich ja ganz ehrlich sagen das hab ich mir schöne grüße gehen da raus an äh this e guy weil von sascha hab ich mir das gemobst die idee das ist einfach die geilste fucking erfindung auf dem ganzen planeten weil wenn du wirklich so ein mensch bist der sich viel bewegt und auch fernab von deinem eigentlich nur festen setup dich bewegst und du kannst einfach auf du kannst auf den scheiß ausgehen und kannst auf den scheiß aus am sound rumspielen das ist einfach nur geil das ist die gar also wirklich da geht mir der technik boner in der hose geht einfach auf wie ein klappmesser und das schöne ist schöne grüße an schlorox der blöde pimmel hat noch eins gefunden das ist noch geiler das kostet aber dann auch einfach mal so zweimal so viel geld aber da seh ich mich auch schon da seh ich mich auch schon wieder das kaufen und das auswechseln was kann das was kann das noch mehr äh das hat noch mehr eingänge und äh stopp 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 wie viele eingänge hat dein jetziges Mischpult äh warte ich muss kurz zählen äh zwei vier sech du weißt es doch ausgängig komm nein 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 zwölf äh sechzehn achzehn äh 22 glaube ich 22 Monokanäle und dann noch äh acht Aux out wovon aber auch nicht mehr so viele okay und das neue hätte wie viel äh 32 dann kannst du quasi noch drei Schlagzeuge jedes jede 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 Trommel einzeln abnehmen oder was Alex pass auf wir wir machen jetzt ein Deal okay wir wir beide machen jetzt ein Deal pass auf wenn Koronski vorbei ist also so demnächst und alle geimpft sind und das alles cool ist lade ich dich gerne ein und du darfst gerne mal so drei vier Tage zu Besuch kommen und hier stream hier also wirklich du kannst hier alles einrichten sodass das für dich passt und dann setzt du dich hier hin und dann streamst du hier mal okay du wirst in deinem Lebtage zu Hause nicht mehr glücklich werden wirst du nicht außer außer mit der Lautstärke von deinen PCs natürlich wir haben ja schon gelernt die sind bei dir ein bisschen lauter aber aber ja ich nehme da an ja okay da hast du recht das kann für dich eventuell störend sein aber auch für dich werde ich die runter rampen dass das für dich ein bisschen leiser ist aber ich sag dir so wie das ist du wirst nach Hause kommen und du wirst deinen eigenen Schreibtisch du wirst dein Setup wirst du hassen du wirst es hassen weil das hier ist einfach und ich will da jetzt nicht auf die Kacke hauen oder rumflexen oder so aber das ist einfach die fucking Superlative für Bequemlichkeit und Geilheit weil das ist hier alles nur Knöpfe drücken hier ist alles was du brauchst in Sekunden da nix mit Apps öffnen und kein Scheiß sondern einfach rein und los ich biete dir das wirklich an ich fahre drei Tage in Urlaub ich gebe dir meinen Schlüssel so viel Vertrauen habe ich in dich und dann darfst du hier gerne in drei Tagen streamen live on stream hier also ich ich verspreche das ich gebe dir den Schlüssel kannst du hier drei Tage drinnen sitzen und dann darfst du hier streamen und dann darfst du wirklich ein ehrliches Feedback geben ob das geil ist okay da brauche ich aber wahrscheinlich erstmal ein Tutorial vorher einen Kurs sozusagen das ist keine fünf Minuten du bist ja nicht auf den Kopf gefallen das ist alles selbsterklärend hier okay das heißt du du bekommst dann meinen Schlüssel und kannst dann bist dann gequält hier von meinem Platz aus zu streamen nee das möchte ich nicht danke also ich sag mal so wenn ich wenn ich Ferrari fahre muss ich ja nicht in Trabi einsteigen oder was okay ja danke mhm mhm ja ich muss dann ja auch langsam los mhm dieser Trabi das hier oh Entschuldigung ich mag Trabi ja Nostalgie halt ne ja gab's bei uns früher nicht ohne Scheiß gab's ja früher bei uns hier nicht du bist äh im Westenhausen wollen ich bin im Westenhausen wollen ja 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 dafür hatte ich halt Schokolade und Banane oder Schokolade hatte ich sehr viel ja das sieht man heute sieht man heute gar nicht mehr ach doch es gibt noch so gewisse Stellen da sieht man das ganz gut aber wie soll ich sagen schwarz ne reduziert ja auch ein bisschen da hast du recht ja aber das Problem ist wenn man sich dann immer so hinsetzt dann sieht man immer so so komisch äh ja aber das also um auch auf das Wireless-Thema zurückzukommen äh das ist auch so ja ich hab aber auch viele Anwendungen auf dem Raspberry Pi laufen der auch äh via WLAN äh zum Beispiel angebunden ist mhm weil keinen Bock ein Kabel zu ziehen oder nö die liegen einfach überall in der Wohnung rum wo keiner okay wo Steckdosen frei sind die keiner sieht und dann krass ja da würde ich gerne mal äh Mäuschen spielen wie das so schön heißt ne ich hab aber auch schon wieder neue Schnappsideen da brauch ich auch WLAN also ich denke das wird demnächst so ein bisschen auch wieder mehr ins WLAN gehen willst du spoilern ne gut okay also das erste Teil was man bei mir sieht was was Wireless ist ist offensichtlich mein Kopfhörer und ich weiß ich weiß ich weiß da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen du bist da nicht so eine große Freund von äh in dem Bereich ähm ich kann das verstehen weil erstens natürlich Akkulaufzeit ne die halt nicht ewig äh also der den ich jetzt habe der äh dann kann ich zwei zehn Stunden Streams machen und der Akku ist immer noch nicht leer also das passt für mich so aber vergesse ich den mal aufzuladen hab ich halt auch ne Powerbank hier und lad das Ding dann halt auf ist im Betrieb bisher noch nicht eingetroffen aber geht natürlich und du hast gerade bei den Dingern die über USB laufen schon noch ne kleine Latenz ne also wenn man das äh ähm also ich seh es jetzt nicht aber wenn ich wenn ich da so mal einen direkten Test mitmache ähm einmal mit nem kabelgebundenen Kopfhörer und dann mit einem mit einem der über USB angeschlossen ist also hat ja dann 2,4 Gigahertz Funk ähm das das ist schon das ist schon keine Sekunde aber ich würd's mal so auf 400 500 Millisekunden vielleicht ein bisschen weniger 350, 400 Millisekunden würd ich schon mal so schätzen dass der dass der noch hat von der Latenz her ja ja aber das ist ja jetzt nicht zwingend ich will das jetzt also ich ich hab mal vor vor ich glaub es war vor 2 Jahren für so Bastelsachen und so hab ich mal so ein Bluetooth äh Adapter ausprobiert mhm und dadurch dass man sich selber monitort ist das einfach die Hölle ja die Hölle absolut das ist dann so also du redest du redest edest 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 weißt du das hat dann nicht so ein Echo aber das ist das kommt so so gerade so eben so weit versetzt dass in deinem Gehirn passieren komische Dinge weißt du das ist krass das geht gar nicht du redest dir selber halt immer dazwischen so oh ja das ist auch ähm als ich mein erstes Mal mich selber gemonitort hab hab ich einfach nur mich selber abgehört über den PC weißt du Mikro kommt rein gib es nochmal auf deinem Kopfhörer raus aus 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 oh Gott wie ich das gehasst habe zum Lautstärker einstellen klar keine Frage ne für eine Minute oder sowas aber wenn ich mir die ganze Zeit selber immer dazwischen quatsch würde ich durchdrehen hast du das denn jetzt mit dem Headset oder mit den Kopfhörern mit den Kopfhörern ich monitore mich ja selber nicht ja ja ich weiß ähm aber also wie gesagt wenn ich den Kopfhörer jetzt sozusagen messen würde also ohne jetzt wirklich Instrumente dafür zu benutzen oder sowas ich bilde mir schon ein dass man ein leichtes minimales Delay hat also jetzt nicht so schlimm dass es beim Spielen stört ne wenn ich ein Geräusch links höre dann ist da auch dann kommt da auch einer um die Ecke ne also ähm wahrscheinlich für den kompetitiven Bereich jetzt nicht geeignet ne sagen wir mal ganz ehrlich ja ich meine wir sind ja mittlerweile auch was die Wireless-Entwicklung angeht sind wir ja auch schon mega weit also ich meine diese 5 5 Gigahertz Geschichten und äh ich meine also hast du schon mal mit Bluetooth-Kopfhörern telefoniert? telefoniert ja und du legst das Scheißding aufs Scheißhaus vergisst das und rennst einfach irgendwie gefühlt durch die halbe Wohnung und denkst dir so warte mal wo ist mein Telefon aber du telefonierst weiter ähm das war früher undenkbar so vor keine Ahnung vor 3-4 Jahren und jetzt hast du halt dir irgendwie äh weiß nicht Bose-Kopfhörer oder so einen Scheiß und du vergisst dein Handy irgendwo und du rennst halt irgendwie hast du schon Bluetooth 5 äh bei beiden Geräten äh ehrlich gesagt das hat nämlich keine Ahnung das hat nämlich eine noch weitere Distanz da passiert da ist mir das auch schon passiert also auch genau das was du gerade beschrieben hast ich hab mein Handy halt aus der Hand gelegt hatte ich hab dann immer hier so einen kleinen Knopf im Ohr der da oben liegt ich komm grad nicht dran und dann diese ekelhaften kleinen Teile so und ich renne durch meine ganze Wohnung und die Verbindung reißt halt einfach nicht ab und dann dachte ich mir irgendwie so fuck wo ist denn eigentlich mein Handy so ja geht schon also ich benutze die benutze die immer noch ganz gerne ja stimmt schon Bluetooth ist immer noch so ein ja es ist schon ganz gut geworden aber Bluetooth ist halt auch auf der anderen Seite so der Todfeind also ich feier das mittlerweile also dadurch ich sag's mal so Apple hat's komischerweise komischerweise wie auch immer hingekriegt dass das einfach super geil ist also ich hab mal vor in meiner damaligen Beziehung mit meiner mit meiner Ex-Freundin über 130 Quadratmeter Wohnung also von einem Ende ins andere was so gefühlt 15 Meter sind oder sowas über die Uhr telefoniert mit Walkie Talkie Funktion und dann hab ich das ausprobiert und bin ins Treppenhaus gegangen und bin dann halt einfach verschwunden und die Scheiße ist einfach mindblowing ja das ist ich hab keine Ahnung also ich hab das aber auch nur und ja da bin ich jetzt wahrscheinlich ein Fanboy und hab immer Pech gehabt aber auch das scheiß Macbook Alter was da an Datenrate durch die scheiß WLAN Kacke da durchgeht ist einfach Wahnsinn also hatte ich mit ich muss dazu sagen ich hatte vorher ein MSI Laptop und der hat wirklich auch immer große Schwierigkeiten gehabt mit mit WLAN oder so ich hab mir das Ding gekauft das brät einfach im 5G Netz also 5 GHz brät das Ding da durch das ist Wahnsinn wo wir da angekommen sind man will kopieren mittlerweile schneller über scheiß WLAN als über über Datenkabel so manchmal gefühlt das ist einfach nicht nur gefühlt nicht nur gefühlt wenn du die wenn du die neuen Standards unterstützt und hast halt quasi noch ein langsames Gerät dazwischen oder einen langsamen Switch dazwischen oder sowas dann geht das über WLAN auch schneller kann es also muss nicht aber kann das ist schon krank das ist schon echt krank weißt du also früher in Anführungszeichen wenn du wenn du mal zwei Geräte im WLAN hattest und beide haben was kopiert und die Datenrate ging dann komplett so in den Keller tot tot und heute machst dein Router auf was sind das hier alle für Geräte und dann überlegst du so ach 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 so das sind alle so die ganzen Geräte das habe ich beim letzten Umzug auch gehabt da waren dann wenn du die nicht also normalerweise benenne ich die immer alle also hier ob das dann so ein Google Lautsprecher ist oder irgendwas anderes und sei es einfach nur eine scheiß Uhr so und dann waren da aber drei Geräte bei die ich nicht benannt habe ja was machst du du gehst in den Router du sagst dieses Gerät darf nicht mehr mit dem Internet kommunizieren und dann suchst du halt das Teil was nicht keinen Internetzugang mehr hat ne ja stellst dich raus war ein altes Handy passiert ich hab also übrigens hier mal Lifehack by the way ähm benutzt also holt euch irgendwie einen WLAN-Teller Uniquify ich weiß ich weiß nicht wie spricht man das aus na Ubiquiti Ubiquiti ja ich glaube Ubiquiti heißt das äh AP Pro äh auf jeden Fall holt euch so einen Teller konfiguriert den Scheiß einmal und dann könnt ihr umziehen und ihr habt immer WLAN und ich sag euch eins das ist der beste fucking Lifehack den ich jemals in meinem ganzen Leben für mich selber durch Zufall rausgefunden hab ich bin umgezogen hab einen Stromstecker reingesteckt hab Router gewechselt den ganzen Bullshit und alle Geräte instant alle wieder drin und wenn deine Freunde zu Besuch kommen hast du mal WLAN-Passwort Brudi du bist schon längst im WLAN Alter du bist da zu Hause wo WLAN ist und du bist schon drin ich hab nix geändert dann gucken die immer drauf oh krass ich hab ja WLAN ich sag ja hat sich auch nix geändert das beste Lifehack kann ich nur empfehlen und das ist ein Lifehack weil weil wenn du so wie ich ein bisschen Wert auf deine Security setzt und einfach ein Passwort hast was 40 Stellen hat und aus allen möglichen verschiedenen Konstellationen besteht und nicht alle Geräte in der Lage sind zu copy-pasten ist das einfach ein fucking pain in the ass was einzugeben falls du mal ein großes I oder ein kleines L verwechselst und so weiter jadi jadi pipapo es gab schon Menschen da gibt's ne nutzige Geschichte zu die würde ich gerne nochmal zum Besten geben mein damaliger Mitbewohner in in Dresden hat ein Kumpel zu Besuch gehabt ja und da war es auch nicht möglich zu copy-pasten weil er weiß ich nicht zu doof war irgendwie per Whatsapp zu verschicken oder was auch immer auf jeden Fall ist der Kumpel was heute übrigens ein sehr guter Freund von mir ist mein Error ist das und die ist nicht ein Fehler angekommen und dann haben die da rumprobiert und gemacht und getan und dies das Ananas und ich war im Stream by the way damals schon und irgendwann kam er dann halt auf die Idee das Passwort funktioniert ja nicht der Router muss ja kaputt sein es war so ne IT-Ausbildung by the way ich könnte ihn heute noch ohrfeigen weil auf einmal ging mein Stream aus und er hat aber nicht mit mir darüber gesprochen er hat nicht mit mir gesprochen sondern er hat einfach den Router resettet und ich hab wirklich ich war noch nie also es war wirklich so völlig hirnverbrannte Scheiße und er hat den Router resettet weil die nicht ins WLAN gekommen sind und hat sich so gedacht naja es wird ja nur das WLAN resettet Internet komplett tot alles war weg und du musstest die ganze Bude nochmal neu einrichten hab ich ihn gefragt hast du das Passwort richtig eingeben ja hab ich 20 mal probiert hab ich wirklich 20 mal probiert und ich so okay hast du aber auch ein kleines L eingegeben und kein großes I ja wieso an welcher Stelle denn ja der Strich der da drinnen ist ja äh 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 nee hab ich nicht ich so du blöder Vollidiot wenn du noch ein einziges Mal dieses Drecksgerät anfasst schmeiß dich aus dem fucking Fenster raus und dann hat er wirklich allen Ernstes weil er zu doof war an der Stelle das I von dem L auseinander zu halten und da auch nicht auf den Trichter kam das einzugeben hat er das ganze Ding resettet so und an der Stelle Alex ist das nämlich ein fucking Lifehack damit du so einen Quatsch nie wieder in deinem Leben hast ein Teller also sich so ein so ein Access Point vernünftig zu holen und nix irgendwie auf dem Ruder zu machen also einfach das saved dir dein Life und sehr viel Ärger weil auch das WLAN heißt immer gleich du hast immer den gleich das gleiche Passwort äh drinnen also wenn du ein sehr langes und starkes hast und alle Geräte gehen automatisch schwer rein und kurze kurze Frage aus dem Chat du weißt schon dass man auch also WLAN Zugänge mit einem QR-Code quasi teilen kann äh das ist absolut richtig aber das gab es zu der Zeit damals nicht mhm also ich möchte auch also hier in der Wohnung damit das einfach mal zu verstehen ist ich hab hier vier Raspberry Pis die ich remote theoretisch alle ins WLAN holen müsste und das schon alleine ist einfach scheiße weil natürlich kannst du es irgendwie copy pasten aber das ist eine Stunde Lebenszeit die du verschwendest um die Dinger da rein zu holen ich verstehe was du meinst alles gut alles gut ja Idiot also ich komme nochmal ich komme nochmal ja natürlich ich komme nochmal ganz kurz zurück auf das Ding vorhin mit Autobahn und so weiter ich war damals sehr ich war damals sehr davon angetan als so die die ersten Leute so 4G und so weiter hatten da hatte ich einen Kollegen und der hat auf den Servern von uns irgendwie ein bisschen gearbeitet oder irgendwie noch so Klangigkeiten geholfen und dann hab ich ihn angerufen und sagt er so ja ne ich bin gerade auf eurer Maschine und ich hör so ja du sitzt doch im Auto ja ich fahr ja durch die Autobahn und dann hat er so eine Remote Shell auf seinem Handy auf das ist nicht selber gefahren also so eine Freundin ist damals gefahren und hat so eine Remote Shell auf und hat dann irgendwie quasi auf unserem Server eben kurz keine Ahnung ein paar Updates gemacht oder irgendwas was nicht lief in Ordnung gebracht oder sowas so es ist schon also heute ist das so Standard aber das ist noch nicht allzu lange Zeit zurück da war das noch so uh uh Datenpakete von der Autobahn verschicken krass der Scheiße für mich ist das immer so mindblowing wenn du IRL streamst und auf deinem MacBook deinen Zuhause Rechner siehst oder auf deinem Laptop oder was auch immer Entschuldigung dass ich mir MacBook sage weil für mich ist halt immer Laptop MacBook weil ich nur MacBook also ja ja und wenn du dann in deinem Dings sitzt im Wohnmobil im Outback beim Dings hier und dann gehst du mit TeamView auf deinen Rechner rauf und du denkst dir so geil Alter das Ding steht einfach mal 4000 Kilometer weg und du kannst dir erstmal Action machen und du siehst halt alles das was zu Hause steht und du also das ist für die ganzen ITler gerade so hä was labert er da das ist doch für uns ganz normal wir haben halt so 8 Milliarden Maschinen in der ganzen Welt stehen aber du als kleiner Pümpfel der das sonst nicht benutzt geil das ist mein Desktop Alter ich bin auf meinem Desktop gerade und ich bin 4000 Kilometer von meinem Desktop weg und ich kann meine Maus remote bewegen ist das cool oder was also ich weiß nicht ob du auch mal so dieses Gefühl hast aber ich find das fetzig okay ich find das ich find das cool ich hab in der Werbetechnik gearbeitet und hab auf den Computer zu Hause zugegriffen wir reden hier über die anfangs 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 DSL Zeiten und ich dachte so ich bin zu Hause auf meinem Computer der jetzt nur 2-3 Kilometer weiter weg steht aber ich bin zu Hause auf meinem Computer ja das kenn ich das kenn ich sehr gut ja wo du es dann halt auch vom Handy aus machen kannst oder so weißt du kannst du mal eben fix ey also wo wir da halt mittlerweile hingekommen sind also so auch äh verschlüsselte Clouds zum Beispiel wenn du wenn du deine Cloud hast oder so weißt du auf allmöglichen Shit aus der ganzen Welt kannst du auf deine Pisse zugreifen irgendwie und das ist einfach so Datensicherung überleg mal damals du bist auf eine Messe gegangen hast dir so einen 128 Gigabyte Stick geholt und hast die ganze Scheiße da rauf gerammelt so weißt du und heute setze ich ja einen Rechner ran ja geil hier ist mein ganzer Shit und noch mehr so nix mit Stick und reinstecken und so also du schon? okay du bist wahrscheinlich du magst Clouds nicht wahrscheinlich doch klar ich mag beides ich mag beides durch meinen durch den großen Upstream ist das auch kein kein großes Problem mal größere Datenmengen da rauf zu schieben so die Anfänge mit welche Cloud Anbieter waren denn am Anfang da cool also jetzt ja abgesehen von Google es fing doch hier alles mit im großen Bereich boah ich komme eigentlich auf den Namen genau Dropbox war so einige eine der ersten größeren kommerziellen es gab immer schon andere ne keine Frage aber Dropbox war so eine der ersten kommerziellen Dinger irgendwie und die hatten dann gewisse Upload also anders gesagt als man dann mal eine größere Bandbreite oder eine größere Bandbreite für ein Upload hatte hat man dann gemerkt die lassen das gar nicht zu du kannst gar nicht hier mit 100 Mbit hoch lernen oder so das geht gar nicht so die Ecke und Google macht auch bei gewissen Bandbreiten halt irgendwie dicht also wenn du YouTube Videos hochlädst oder Videos zu YouTube hochlädst da kannst du schön in deinem Netzwerk sehen im Traffic oder halt auch eben in deinem Router wenn der so eine Art Netmonitor hat mit was für einer Bandbreite das überhaupt maximal so geht da ist nicht 500 Mbit oder so kannst knicken aber ist ja auch irgendwo nachvollziehbar die so viel so viel so viel Spielzeit wieder wieder pro Minute hochgeladen wird das ist ja ist ja krank richtig krank ja schon alleine wenn du dir mal überlegst was du heute an Datenmengen versendest also wenn du früher ein Gigabyte versendet hast da hast du schon geschwitzt oder hast du halt gedacht boah boah was ist das denn jetzt und heute knatterst du da ey wenn ich mir überlege wenn du manchmal in guter Qualität irgendwas aufnimmst und das hochlädst für deinen Cutter und du knallst da einfach mal weiß nicht 10 Gigabyte Pfeil hoch also die Bitrate abhängig davon wie lange das Ganze dann ist wenn ich hier so eine Folge von uns jetzt hier so hab das sind 30, 40 Gigabyte das ist dann halt so 10 Minuten ich geh nochmal schnell kacken vorm Stream ja wenn du das also in meinem Fall jetzt Google Drive oder ne zu anderen Dingen hochschiebst früher wenn du wenn du früher bei YouTube ein Pfeil hochgeladen hast früher damals seinerzeit am Anfang so ne und das Ding war 1,4 Gigabyte groß oder sowas so ja dann hast du noch gewartet dann hast du ein paar Stunden gewartet bis es fertig war ein paar Stunden in Anführungszeichen Stunden so ne aber hattest du aber dass du mal mehrere Pfeils oder du bekamst so an die 10 Gigabyte Grenze das hast du über Nacht laufen lassen ja easy so und am nächsten Tag gehst du an den Computer und denkst dir so Upload-Fehler beste muss ich nochmal machen aber hier Jim pass auf über Infrarot Klingeltöne verschicken hab ich gerade im Chat gelesen oder diese wie ging das es gab doch diese Chatraum-Scheiße weißt du das noch da konnte man auf dem Handy diese Chatraum-Scheiße über Infrarot machen und dann hast du mit deinen mit deinen ganzen Kumpels und so hast du immer gechattet und ich konnte das früher nicht ich hatte zwei zwei Telefone damals schon aber warum auch immer total bescheuert einfach für so die weirden Flex weißt du einmal so eine D1-Leitung und einmal D2 und auf keiner hat irgendwer angerufen und beides war prepaid total bescheuert eigentlich total bescheuert mein Chat sagt gerade Infrarot oder Bluetooth am Anfang ging das auch mit Infrarot da mussten die Geräte sehr nah aneinander sein in der Richtung richtigen Richtung ausgerichtet das war auf der einen Seite ein Infrarot Sender und gleichzeitig aber auch ein Empfänger irgendwie also ich hab das auch ehrlich gesagt nie wirklich gemacht weil ich zu der Zeit nicht mehr in der Schule war so mit erster Handy da war ich schon in der Lehre oder sowas keine Ahnung aber ich kenn das auch und dann hat man mal was versucht hin und her zu schicken und das brach dann nach einer Viertelstunde ab und du denkst dir so ja dann machen wir das nochmal ja ich brauch den ich brauch den Klingelton ich brauch das Bild gerade so dieses verpixelte Scheißbild oh man ey ja ganz 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 schlimm ganz schlimm ja und dann wie gesagt wenn du aus dieser Zeit kommst so wenn du überlegst wo du heute eigentlich bist so ist das einfach ja das stimmt schon also da hat sich schon sehr 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 viel verändert verbessert und andere Sachen sind gefühlt irgendwie nicht von der Stelle gekommen ganz komisch Licht zum Beispiel dieses ganze ganze Smart Home Shit so das ist einfach ja du stehst da drauf das ist so also sieht man ja im Prinzip an deinem Hintergrund auch ey also also wenn ich könnte hätte ich alles Smart Home alles wenn ich könnte ich feiere das so sehr diese ganze also das das Ding ist halt ich halte und das sage ich jetzt wirklich ernst und das meine ich auch so ich halte die Aktion einen Lichtschalter zu benutzen für eine schwachsinnige Aktion die über den Tag oder über den Abend rechnet zu viel Zeit verschwenden und jetzt du kommst in einen Raum du kommst in einen Raum du drückst den Lichtschalter du gehst aus dem Raum raus nennen wir den Raum jetzt einfach mal Küche du machst den Lichtschalter aus ja und jetzt kommt nämlich das Problem da draußen gibt es so viele fucking Menschen die ständig das Licht anlassen und die regen mich so auf ey wenn bei mir einer auf close scheißen geht der macht das Licht nicht aus dann raste ich aus oder dieses ewige ich muss im Flur Licht anlassen Scheiß oder diese Leute die halt immer einen halben Christbaum anhaben wenn sie nicht mal in dem Raum drin sind und genau da kickt nämlich Smart Home rein weil der die Scheiße für dich alleine macht und das ist einfach mega geil und glaub mir das Licht an und aus zu machen ist die lästigste einfachste simpliste Aktion die es gibt an einem Tag und wenn ich könnte und ich sage es so wie es ist wäre hier alles automatisiert in meinem Haus mit Bewegungsmeldern ich hatte das in Berlin hab ich das mal gehabt irgendwann da hab ich das selber alles fertig gemacht aber das war mir irgendwann einfach zu viel Aufwand aber das werde ich über die Zeit werde ich das hier auch machen hier geht alles irgendwann automatisch an über Bewegungsmelder und an und aus weil mich das aufregt weil das ist auch einfach so der Punkt wo du Strom sparst und ja du kannst Strom sparen aber künstliche Intelligenz spart besser Strom für dich ist einfach so ich bin ein bisschen sprachlos warum aber ich verstehe das weil du den Betrieb durch deine komplette Hardware jedes Gerät hat einen gewissen Standby Strombedarf ja jedes Gerät muss gesteuert werden du hast dann irgendwo noch einen kleinen Server ob das dann ein Raspberry Pi ist oder so das ist ja scheißegal dann könntest du Home Assistants drauflaufen lassen als Beispiel kennst du ja wahrscheinlich besser als ich um das Ganze anzusteuern und in verschiedene Gruppen aufzuteilen und zu sagen hey wenn X gerade also wenn du gerade in Raum X bist oder sowas dann fahr das Ding automatisch auf diese Lichtstärke hoch außer ne Y so ja keine Frage keine Frage und verlässt User X den Raum und ist 10 Minuten nicht da geht's aus oder zu der Uhrzeit soll sofort ausgehen du kannst 1000 Exceptions einbauen keine Frage beste Anwendung also kann ich dir jetzt sagen hab ich früher gehabt du bist aus dem WLAN dein Handy ist weg alles geht aus bam weg außer du sagst explizit er soll es nicht tun einfach nur mega geil gehst aus der Tür raus alles geht aus ich verstehe den ich verstehe den Gedanken dahinter ein Bekannter von mir hatte das damals bei sich auch so eingerichtet schon ein paar Jahre her auch über den Raspberry Pi da lief die ganze Zeit ein Packet Sniffer und sobald der sein Handy im Netz gefunden hat dann fuhr der quasi die Computer hoch als er von der Arbeit gekommen ist sowas und ähnliche Situationen auch wenn das Signal oder was auch immer ich weiß nicht ob das dann nur das Handy war oder so wenn gewisse Sachen halt nicht mehr im Netz eine längere Zeit lang vorhanden sind fuhr alles runter keine Ahnung wo das mitgelöst wurde das war aber auch jemand der mit als erstes so ein Ring mit NFC Token halt irgendwie hatte um dann halt ein Smart Lock quasi zu zu benutzen finde ich auch spannend ganz ehrlich ob jetzt dein Handy oder ein Ring mein Türschloss zu Hause aufschließt also da wäre ich auch noch dabei aber mich so komplett automatisieren hätte ich nicht so unbedingt Bock drauf aktuell gerade haben wir aber auch schon mal drüber gequatscht ne? ne noch nicht also wie gesagt ich feiere das einfach richtig hart so ist einfach pure Liebe ja verstehe ich verstehe ich hab ich hab ich hab immer wieder mal so nach diesen Steckdosen gesucht dass man dass man seinen Computer halt auch stromlos schalten kann per Google Alexa oder was auch immer halt irgendwie und da bin ich relativ schnell immer auf dieselben Ergebnisse gekommen dass viele von den Steckdosen halt diese Probleme haben mit hey ich funktioniere jetzt einfach mal nach einem halben Jahr gar nicht mehr oder anders gesagt ich weiß dass du gerade da Strom ziehst aber ich mach dich jetzt mal aus so kann defekte Charge sein kann einfach nur ein Fehler in der Programmierung sein oder sowas keine Ahnung aber ungeil das hat mich immer davon abgehalten das zu machen hast du TP-Link gehabt wie kostet ich hab nein hab ich noch gar nicht ich hab mir noch nichts ich hab mir immer nur Sachen durchgelesen schickst du dir Bild kannst kaufen ist super geil wenn du irgendwann ich weiß nicht bist du Apple Apple oder Android User im Moment bin ich Apple User aber ich bin eigentlich Android User ah ok weil das coole an der ganzen Sache ist du kannst nämlich mit mit Home Assistant kannst du alles umgehen was nicht mit Apple also mit HomeKit oder mit Google Home zu benutzen ist kannst das damit somit rüberschleusen und kannst das halt trotzdem benutzen und die Steckdosen die sind halt also finde ich für Smart Home Steckdosen relativ günstig wenn du nicht die die nimmst wo Strom ausgelesen wird und die funktioniert also die funktionieren bei mir tadellos also ich meine ich muss dazu sagen ich hab auch mich selber schon mal gedisst und hab gesagt mach das Büro aus und auf einmal war alles weg aber das war mein eigener Fehler und nicht der Fehler des Gerätes im letzten Stream beim Rennfahren passiert der Witz ist halt das hier ist also das hier drüben ist dann koppelt von dem da und das hat jeweils eine getrennte Steckdose und ich sagte halt einfach mach das Büro aus und die hat irgendwas du weißt nicht was die verstanden hat auf jeden Fall hat die da drüben das ganze Rig ausgemacht auf einmal war alles weg Lüfter auf einmal ausgegangen Bild komplett weg und Chad konnte mich noch sehen ich glaube sie konnte mich noch sehen weil irgendwo ein Akku drin war und mich hören konnten sie und haben gefeiert wie Sau super witzig hast du Heizung also Heizung Heizung oder Fußboden Heizung ich hab eine ganz normale Heizung ich hab keine Fußboden Heizung hier an der Heizung das war auch eins meiner ersten Geräte da hab ich mir die Thermostate von Fritz direkt geholt von AVM um gewisse Räume morgens warm zu machen aber auch damals nicht für mich sondern Mitbewohnerin und das ist genial und ich hab jetzt hier zum Beispiel bei mir da hinten ist auch ein Thermostat jetzt dran und ich benutze den umgekehrten Lifehack ich benutze bei Fritz also bei AVM kannst du ja im Prinzip auch so einen Wochenstundenplan irgendwie erstellen und ich benutze das aber so rum dass meine Standardtemperatur sehr niedrig ist was bedeutet wenn ich das manuell einschalte wenn ich sage ich möchte heute gerne mal 25 Grad haben gut jetzt heute nicht weil es ja draußen sehr warm ist aber angenommen es ist ein bisschen kälter und dann gar nicht mehr dran denke ach fuck ich hab die Heizung mal wieder vergessen auszuschalten dann fährt der abends um ich glaube halb zwei oder um zwei Uhr fährt der die automatisch dann runter und er fährt dann morgens eben nicht wieder hoch so ne und selbst wenn ich dann der Meinung bin so oh heute ist es aber kalt kannst du ja mit dem Handy mal eben kurz sagen hier Vollgas oder Sprachbefehl oder was auch immer das finde ich das finde ich wirklich sehr gut das finde ich auch wirklich sehr gut KI vergisst mich ja ich weiß nicht wie oft ich bei mir schon vergessen habe die Heizung auszumachen dann liegst du oben im Bett bist gerade so halb am Einduseln und denkst dir so oh fuck ich hab die Heizung angelassen ja also Thermostate sind einfach schon mal also finde ich persönlich ist die beste Anstellung die es gibt weil es ist a. intelligentes Heizen dadurch dass die Dinger das nicht vergessen und b. ist das einfach durch das intelligente Heizen hast du einfach gar nicht mehr die extremen Kosten weil du die halt sehr schnell weil wer kennt es nicht oh schnell mal Stoßlüften und danach erstmal Heizung auf 5 ballern so und das ist halt so völlig Banane schon wobei die die Thermostate haben ja auch so eine Art Fenster auf Kipp oder Fenster auf Erkennung wenn die Temperatur da zu schnell runter geht die regeln dann schon runter aber nicht ganz auf Null ne der Heizung machen sie dann so nie aus aber eine Heizung also die die werden dann also die Thermostate sind ja eigentlich dazu da wie weit offen das das ist dass da Wasser durch geht irgendwie und das intelligente macht das ja für dich automatisch anhand der Temperatur die es sozusagen fühlt und das ist halt einfach mega geil ich brauch's jetzt nicht mehr aber ist geil ist genauso wie Rollladen die automatisch aufgehen also wirklich Menschen Menschen finden das ultra dumm eigentlich ne aber wenn du jetzt sag ich mal du willst um sieben aufstehen und du willst aber nicht in einem pechschwarzen Raum aufstehen dann fährt das scheiß Ding einfach wenn du aufstehen willst hoch und das ist einfach unfassbar angenehmes aufstehen das ist halt quality of life so Menschen belächeln das immer und sagen ja wir machen irgendwann nichts mehr automatisch ja wahrscheinlich schon aber das ist einfach fucking quality of life ist wie ein Staubsaugerroboter so ich hab vor vor Jahren hab ich auch immer so ach scheiße warum brauch ich denn die kacke weißt du wie geil das ist wenn der morgens um zehn einfach jeden morgen um zehn uhr fährt das ding los ohne wenn und ohne aber und jeden tag wird die wohnung gesaugt ich würd's nicht machen ich bin ich bin da ganz bei den Staubsaugerroboter auch eine der schlauen anschaffungen meinerseits wie viel wie viel wie viel schmutz der sozusagen also ich hab einen oben bei mir in der oberen Etage das ist da ist mein mein Schlafzimmer mein 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 Wohnzimmer also es ist echt klein oben so ne aber wie viel Staub der da quasi rauszieht wenn du den ich lasse den alle zwei Tage laufen zwei bis drei Tage aber auch nicht automatisch sondern ich starte den meistens wenn ich runtergehe weil ich will nicht dass das Ding mich halt weckt ne so und das ist super angenehm für mich für mich ist das ich lass das ich lass mir ich lass den meistens laufen wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich kurz das Haus verlasse so ne der läuft dann so ne dreiviertelstunde na gut bei mir läuft der zwei aber es ist halt für mich ist das ein Wecker ja finde ich mega also die Bude das sag ich so wie es ist hier die Bude wenn ich so voll bomben damit Ich feiere das einfach. Ich finde das super schön. Ich habe hier für die Jalousien zum Fenster auf und zu machen. Das läuft zwar schon elektrisch, aber das ist halt, es müsste umgerüstet werden. Also das System da drin ist nicht, es hat keine API, es kann nicht angesprochen werden oder sowas. Also da müsste man auf jeden Fall was investieren und das hier ist eine Mietwohnung. So, da werde ich auf keinen Fall jetzt irgendwie hier Kohle in die Hand nehmen und sagen hier, nee, auf keinen Fall. Kannst du das wieder ausbauen? Ja, werde ich hier in dem Fall nicht machen. Kannst du knicken. Also Netzwerksteckdosen fände ich geil. Habe ich in dieser Wohnung auch nicht. Wohnung von jemand anderem ist das auch überall. Bist du zur Garage draußen. Wie geil ist das denn, bitteschön, dass du bis in deine scheiß Garage draußen eine Netzwerkverbindung hast? Weil du mal eben kurz eine Netzwerkverbindung dahin aufbauen könntest, wenn du willst. Für was auch immer. Ich finde es geil. Bei einem Kumpel, bei dem Kumpel, der hatte sich auch so ein Haus gebaut und hast du schon mal einen zentralen Staubsauger gesehen? Da hast du dann in den Räumen sowas wie so kleine Anschlüsse und da schließt du dann nur deinen Rüssel an und das Ding läuft die ganze Zeit. Das habe ich schon mal gesehen, aber selber noch nie benutzt. Mann, das ist die geilste Scheiße, die ich je gesehen habe. Der steckt den Rohr rein, auf einmal geht der an. Ich so, was ist das denn? Ja, das ist der Staubsauger. Ich so, hä, was? Ja, das ist der Staubsauger. Du steckst Rüssel rein und der erkennt das irgendwie und dann geht die Scheiße los. Absolut abgefahren. Ey, was du heute, also ganz ehrlich, wenn ich mir, glaube ich, ein Haus bauen würde, puh, das wäre wild. Das wäre richtig wild. Wenn ich mir ein Haus bauen oder umbauen würde, dann wäre es ein Passivhaus. Dann hätte, ein Passivhaus hat, hat eine zentrale Lüftung, das heißt, du hast nirgendwo irgendwie Schimmel oder das ist die Idee dahinter und du hast immer eine Belüftung. Das heißt, also du hast nicht so dieses im Raum stehen und irgendwann ist dein Sauerstoff verbraucht und du kriegst Kopfschmerzen, sondern du hast im Winter, kriegst du dadurch ein bisschen warme Luft rein, im Sommer kriegst du da ein bisschen kalte Luft rein, durch diese Umwälzung. Ich finde das super. Also würde ich super gerne haben. Und dann Passivhaus heißt jetzt nicht nur eine Lüftung, das ist völlig anders, aber Passivhaus heißt, du baust quasi, wie bei einer Akustikentkopplung, baust du quasi in dein Haus nochmal einen kleineren Raum halt irgendwie rein, der dann komplett nochmal für eine deutlich bessere Dämmung sorgen kann, wenn man es richtig macht. Ich finde das Thema super spannend. Ich habe mich da vor ein paar Jahren mal mit beschäftigt, aber Mangels Immobilie dann auch nie natürlich umgesetzt. Finde ich super. Ja, da gibt es echt schon viele Sachen. Also ich würde mir auch gerne irgendwie so Solaranlage, würde ich mir gerne aufs Dach teilen. Also so wirklich so klimaneutral, wie es geht zu bauen und so intelligent, wie es geht zu bauen, aber es ist halt echt, kannst du nachher auch gar nicht mehr bezahlen. Also das ist crazy. Das ist teuer. Das ist in der Tat so. Wir sind gerade über die Zwei-Stunden-Marke gekommen und wir haben jetzt irgendwie uns so ein bisschen verplappert, was ja auch wieder sehr schön ist, aber ja. Ja, also ich sage es ja, ich glaube, jeden Mittwoch, aber das ist, ich habe es letztens auch gerade noch mal kurz erwähnt. Für mich ist das hier wie so ein kleiner Kindheitstraum. Man hat einen coolen Dude, mit dem man sich hinsetzt und man spricht über Dinge, die einfach, weiß ich nicht. Man schwärmt halt so über Dinge, die einen berühren. Man unterhält sich nicht über den Reaction-Schnodder, sondern wir unterhalten uns halt über Dinge, die für uns beide persönlich relevant sind und Menschen gucken sich das noch an. Das ist geil. Das ist ein schöner Nebeneffekt dabei. Das stimmt schon, ja. Ich habe eine Sache komplett vergessen, die auch Wireless ist, die fast jeder von euch kennt. Ein Wireless-Controller, mit dem man entweder an einer Konsole oder am PC ohne lästiges Kabel spielt. Kennt jeder. True. Mir ist mein schöner Controller kaputt gegangen, nach vier Jahren. Was ist ein schöner Controller? Der Xbox One Elite-Controller, die erste Ausgabe. Die Elite, ja. Einfach bester Controller. Ich bin nicht so controller-affin. Ich habe das, also ich habe früher viel mit Joystick gespielt am C64 und auch danach noch so, aber dann bin ich doch sehr, sehr stark in das Maus- und Tastatur-Gameplay eingestiegen und auch dabei geblieben. Ja, ja. Aber ja, also Alex, ich bin wirklich sehr happy, dass wir immer wieder aufs Neue jede Woche nicht mal ins Schwitzen kommen und einfach mal zwei Stunden Podcast-Film mit, ich sag mal, weirden Themen, die für uns weird sind und wir uns einfach auch gar nicht schämen müssen dafür. Ich schäme mich übrigens dafür nicht für das, was ich immer sage, sondern ich fühle mich hier sehr wohl und aufgehoben und weiß, dass ich das hier sagen kann, weil da draußen gibt es bestimmt ein oder zwei Menschen, die sagen, fühle ich. Und das ist mir wichtig. Und das ist mir wichtig. Und für genau diese zwei Leute ist dieses Format hier. Genau. Und nächste Woche, habe ich, bleiben wir dabei? Bleiben wir bei Gadgets? Ich war gerade bei Attachments irgendwie. Ja, bleiben wir bei Gadgets? Ja. Okay. Das wird, also... Oh, das wird, das wird aber schon, das wird aber schon eine AliExpress-Folge, oder? Ja, bestimmt. Okay. Stimmt. Okay. Gadgets. Ey, ganz ehrlich, ich habe vorhin bloß das Streamlack angeguckt und dachte mir so, ja, Gadgets. Aber was sind denn hier... Also okay, dann müssen wir nächste Woche erstmal, glaube ich, Gadgets definieren. Aber das ist für uns, glaube ich, auch wieder zwei Stunden gar kein Problem. Ich würde sagen, ein Gadget ist für mich alles, was jetzt über die Maustastatur-Controller hinausgeht, was man irgendwie an sein System, an sein Setup zum Streamen oder zum Zocken einbauen kann. Für mich, als jemand, der kein Racing-Gear und Rick hat, ist das ja auch ein Gadget. Oh, das ist ein... Oh, das ist aber ein günstiges Gadget. Ja, dann wird es keine AliExpress-Folge, Mager. Es muss ja nicht zwingend... Es muss ja nicht zwingend... äh... günstig sein. Gadget heißt ja nicht automatisch, dass es Dumping ist, ne? Oder Billo. Also ich habe übrigens ein sehr günstiges Gadget gefunden, um Musik abzuspielen im Spiel. Du weißt, worauf ich hinaus will. Alexa. Ja, danke. Juro. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin schon sehr gespannt, wie du mit deinem Gadgets Musik abspielst im Stream. Das ist schon wieder der andere weirde Flex hier, aber deswegen liebe ich diese Ausgabe hier, weil dafür muss man sich hier einfach nicht schämen. Dafür muss man sich hier nicht schämen, sondern man lacht da drüber. Also ich lache da drüber und dann ist gut. Und es gibt da draußen wieder, ich glaube, das ist auch für jedes Mal jetzt meine Begründung, wenn ich so abgefahrenen Scheiß erzähle, fühle ich. Herzlich gelacht. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich verabschiede mich jetzt und dann kannst du das Ende machen, wenn du willst. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich für diese Folge. Ich habe herzlich gelacht vorhin ein, zweimal. Gut, das klingt jetzt so, als ob wir sonst irgendwie nur so bierernst wären oder sowas, aber nein, ich fand es mal wieder sehr witzig, wie du vorhin schon gesagt hast, ich kann mich da nur anschließen. Ich denke auch, dass wir noch nicht zwei Stunden voll haben und zack, die Zeit ist schon wieder rum. Wir haben gar nicht so viel über Wireless gesprochen, aber das muss auch gar nicht sein. Nächste Woche sprechen wir wahrscheinlich relativ viel über Gadgets und ich freue mich schon sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich übergebe an den einzigen Nils im Hardcast-Universum und ja, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Alex, danke schön, dass du diese Woche dieses Thema angeschnitten hast und doch, wir haben schon über Wireless gesprochen und ich finde auch, dass wir das Thema, also, dass du uns persönlich, also uns als Zuschauer und auch mich persönlich sehr gut da durchgeführt hast, denn mir ist nämlich heute klar geworden in dieser Folge, dass ich doch mehr Wireless benutze, als mir eigentlich bewusst war, denn mein erstes Denken war, oh, wir reden jetzt bestimmt von Alex seinen Kopfhörern, aber haha, falsch gedacht, war es ja gar nicht und viele andere Dinge sind dazugekommen. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß da draußen. Ich muss immer dazu sagen, weil wir das heute auch schon mal besprochen haben, bei mir hört sich immer alles so ein bisschen nach einem rieren Flex an, aber ich bin halt einfach ehrlich, was das angeht und halte das nicht so hinterm Zaum, also versteht mich da bitte nicht falsch an der Stelle und Alex, ich küsse dich und würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und euch da draußen auch, vielleicht machen wir nächste Woche auch mal wieder so ein bisschen Hardcast-Setups oder so, vielleicht, mal sehen. Wenn wir das ein oder andere Bildmaterial über Twitter mit dem Hashtag Hardcast-Setup zugeschickt bekommen, könnte ich mir das auch vorstellen, ja. Marja, wenn wir jetzt noch an unserem Twitter-Game arbeiten und das nicht an dem Tag releasen oder herstellen lassen, wenn die Folge rauskommt, dann wäre hier, glaube ich, auch viel mehr los. Das könnte vielleicht sogar sein, ja. Da gebe ich dir recht. Aber ach, ich bin ja schon weg, ich bin ja schon weg. Nee, ist okay, rede ruhig, aber weißt du, was daran so schön ist, Alex? Wir sind beide so scheiße im Twitter-Game und das finde ich schön. Deswegen funktioniert das hier auch so gut. Nun gut, meine Damen und Herren, auf Wiedersehen, schöne Grüße an alle, die das bei YouTube oder sonst irgendwo hören und dann tschüss. Und denk dran, fühl ich. und dann, Ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg, Bis zum nächsten Mal.